Ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer gerne weiß. Und damit herzlich willkommen zur, oh Gott, 56. Folge Feldgeflüster mit Hanni und Janni. Guten Morgen. Na, alles gut? Ach Gott, ist das früh, Leute. Wir sind schon in der 58. Ach, wir sind in der 58. Ist aber auch egal. Ich glaube, keiner zählt die Folgen. Nee, glaube ich auch nicht. Alter, wann hast du gehen? Er sagt, keiner zählt die Folgen und guckt mich mit seinem eisernen Blick an, Alter. Ach, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Leute, bei mir ist weiß vor der Tür. Ich habe 20 Zentimeter. Janni sagt gerade zum ersten Mal 20 Zentimeter. Nee, endlich mal 20 Zentimeter hast du geguckt. Endlich hat er 20 Zentimeter. Endlich 20. Wir haben Schnee, Janni. Wir waren schon rodeln mit Anton gestern. Aber der Untergrund ist noch nicht richtig durchgefroren. Rodelt sich noch nicht ganz so gut. Aber wir haben richtig schön Schnee und ist im Frost gefallen. Ist richtig fluffig. Man kann es sagen, der soll noch nie bleiben jetzt die nächsten Tage, ne? Ja, wird noch mal richtig kalt. Bei mir minus 10 angekündigt. Gerade nachgeschaut. Also nachts jetzt. Tagsüber bleibt es um die minus 5, minus 2, minus 1. Aber nachts minus 10, ey. Aber wir bekommen keinen Schnee, Hannes. Nervt mich ein bisschen. Wenn du schon mal so ein Wetter hast, sag ich mal, dann kannst du auch schneien, weißt du? Heute soll er mal ein bisschen bei uns kommen. Ganz bisschen. Ja? Nee, bei mir ab dem Montag. Aber den 15. erst. So ein bisschen hin, Alter. Ich bin ja Schneefreund, ne? Also das kann ruhig öfter schneien. Ich war jetzt unten bis gestern im Erzgebirge. Selbst da, da ist nicht eine. Doch, das nachts auch. Sind auch ein paar Flocken gekommen. Aber da ist es weitaus wärmer gewesen als bei uns sogar noch. Fünf Grad wärmer da unten. Wir haben tatsächlich jetzt schon zwei Tage Frost. Also nicht richtig immer so zwischen null. Aber heute Nacht, glaube ich, war mal minus drei. Und gestern Tagsüber halt so viel, dass der Schnee liegen blieb. Eigentlich ganz schön. Und ich sage ja auch jetzt ganz ehrlich, wo man so keine Tiere und dies und das und jenes nicht mehr hat, ist mir dann auch komplett egal, wie kalt da ist und wie viel Schnee da liegt. Da hängt mir auch so, ach, kann ja ruhig drei Wochen Schnee sein. Ist doch ganz okay. Ist doch eine Ahnung. Hat man sich früher andere Gedanken gemacht, ne? Mann, jetzt ist dann alles hier wieder gefroren und Mann, du kennst das doch, wie das war. Ja, das ist so. Nee, ich glaube, wir sind doch die Einzigen, wo über das Wetter reden nicht langweilig ist. Kennst du das beim Friseur? Wenn es beim Wetter anfängt, dann kannst du eigentlich auch aufhören zu quatschen. Das ist sowas früher, wo man auch richtig beim Friseur war. Mittlerweile redet man eh nicht mehr. Bei den Männern redet man irgendwie nicht. Redest du mit deinem Barber? Ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen. Nee, bei uns musst du immer schweigen. Ich bin auch immer beim Unterschiedlichen, muss man sagen. Ich bin immer beim Selben. Ich muss ja sagen, ich war ja sonst immer hier im Ort beim Friseur. Und dann habe ich ja aus Not den Barber da in Hamburg-Bergedorf entdeckt, bei Lisis Eltern. Und der ist einfach so super freundlich und nett, da ich da immer wieder hingehe und auch immer wieder tatsächlich zum Selben. Anton geht immer zum Selben und ich gehe immer zum Selben. Das sind zwei Brüder. Aber ansonsten, ja, das kommt drauf an. Also, die meiste Zeit sitze ich da aber auch in Stille und hm, hm, hm. Weil das kommt ja auch immer auf die Thematik an. Ja, ich sage mal so, ich lasse, wenn, dann anfangen. Also, ich bin keiner, der jetzt dann kurz und knapp antwortet und dann wartet mit dem Gespräch, ne, bloß abwimmeln. Aber ich würde jetzt nicht den Anfang machen irgendwie, weißt du? Weil wie steigst du ein in so ein Gespräch? Ja, kommt drauf an, über was du ja reden willst, Janni. Na, sind die Haare heute gut gefallen? Hat der Besen heute alle gut weggenommen? Über was redest du? Wie warst du den Einstieg? Ja, das ist ja die Frage, über was man reden will. Wenn man, keine Ahnung, über, über, über was will man denn reden? Man muss ja am Ende bei dem Smalltalk, bei dem richtig Willen Smalltalk enden beim Friseur, oder? Was ist denn für dich wilder Smalltalk? Oh, ich hatte die wildeste Story schon von Friseure gehört, dass sie sich alle im Untergrund schon vereinen und so einen ganzen Kram. Also, die Landwirte. Aber, 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 aber tatsächlich, da, da sind wir schon mal gestrandet. Okay. Ungewollt von mir. Also, die Reptilienmenschen oder die Friseure treffen sich da im Untergrund? Nee, 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 also, das muss man jetzt tatsächlich schon in die, in die etwas, äh, rechtere Ecke schieben. Also, dieses Gespräch wäre sich da im Untergrund vereint. Aber, will ich gar nicht weiter vereinen. Aber, das ist tatsächlich so ein Gespräch gewesen, wo ich einfach nur mit, hm, hm, ja, ja, hm, so, so, so geantwortet habe, weißt du? Und dann ist man da, also, das war ja nicht mein Thema, wo wir ja da enden wollten. Aber das ist... Aber ich hätte mir da ganz bequem meinen Aluhut aufgesetzt und dann hätte ich auch mit den Aliens wieder angefangen, ne? Hätte ich gesagt, wenn wir jetzt schon im Gespräch sind, können wir ja uns mal über Aliens unterhalten. Ja, aber das Ding ist, das Ding ist ja, wenn du beim Friseur bist, das landet ja dann auch sofort an der nächsten Litfaßsäule. Meinst du? Dann heißt es ja... Ja, auf dem Dorf. Ja, auf dem Dorf. Dann heißt es, du, der Bartelt war hier. Aber da ist ja auch nicht mehr alle in Ordnung bei dem anscheinend. Weißt du? Ja, auf dem Dorf ist das safe so, ne? Aber in der Stadt, glaube ich, dass Friseure sich nicht unterhalten. Jetzt müsst ihr mal an die lieben Friseure, Friseurinnen, könnt ihr mal Stellung dazu nehmen, ob da wirklich getratscht wird in der Nachbarschaft? Wir malen uns das gerade so richtig schön aus und schmücken das aus, Alter. Alter, du kannst dir nicht vorstellen, wie krass bei uns hier getratscht wird. Ja. Ja, ihr seid aber auch so ein richtiges... Da frage ich mich immer noch, wie ihr Stadtstatus haben konntet, ne? Da bin ich immer noch nicht drüber weg. Mit eurem Dörfchen. Doch, 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 doch. Ich glaube, da laufen alle Fäden zusammen. Und da kommen so viele Infos zusammen. Da ist auch wieder wer mit wem wieder zusammen und getrennt und... Doch, Janni. Wo so ein bisschen Gossip auch mal geil sein kann, ne? Also ich bin einer, der auch gerne mal zuhört, wenn das hier in der Ortschaft ist. Und das Problem ist, man kennt viele ja auch gar nicht, ne? Aber man lernt es ja, dass ich sowas kenne. Ja, bei mir ist das aber auch so, wenn Lisi auch so mal von der Mädel... Mädelsabend wiederkommt oder so. Da kannst du da so richtig mit Ellbogen so auf Bett liegen, weißt du so? Ja, das ist so. So da vorne gebeugt, während sie sich umzieht und dann so hören, was alles so los ist. Und die Beine so auf dem Bauch und die Beine sind so eingeknickt und wackeln immer. Wie so Häschenohren, weißt du? Ja, genau. Ne, da habe ich auch zu haben, ne? Wenn Nadine irgendwie so... Sag ich doch mal, und, wie war's? Und dann immer, wenn sie dann so ein bisschen abtut nebenbei... Wie war es denn, habe ich gefragt. Na, Lisi fängt dann eigentlich gleich an. Also sie ist eigentlich so... Manchmal, wenn das heißt, sie muss dicht halten, dann kommt das erst ein bisschen später raus. Also, aber sie weiß eigentlich, dass ich auch dicht halt. Also so... Sie erzählt mir eigentlich auch alles sofort immer. Das ist so. Ich glaube, das ist auch eine gesunde Beziehung, ne? Wenn du eigentlich keine Geheimnisse hast irgendwie. Ja. Nicht das zweite Handy im Handschuhfach liegen hast. Ne, die haben ja inzwischen zwei SIM-Karten. Ach so. Ach so. Aber ist gefährlich, ne? Mit zwei SIM-Karten im einen Handy könnte ja auch das falsche Handy klingeln in dem Moment. Ich weiß aber gar nicht, ob das iPhone kann. Mein Xiaomi konnte das damals. Habe ich nie benutzt. Ein Xiaomi. Habe ich nie benutzt. Habe ich nie benutzt. Da denke ich immer an die Schaumküsse, wenn du das sagst, ne? Xiaomi? Mein Xiaomi konnte das. Klatscht dann hier so ein Schaumkuss ins Gesicht. Ach, Leute. Samstag haben wir gar nicht erwähnt. Ne, Sonntag. Ey, heute der Podcast kommt später, Leute. Wir entschuldigen uns nicht mal dafür, ne? Jetzt, ich weiß gar nicht. Jetzt, fang noch an. Entschuldige dich jetzt. Ja, ich will mich jetzt entschuldigen. Heute haben wir den 7. Januar. Eigentlich Tag des Podcastes. 7.21 Uhr. Aber unser Katamax kann ich. Ich schiebe das jetzt einfach voll und ganz auf Katamax. Ne, ist auch so. Das ist jetzt auch Katamax schuld. Ja, ist auch so. Wir wollten gestern Abend aufnehmen, weil ich war ja noch im Erzgebirge. Hatte kein Equipment so richtig mit. Ich habe das so ein bisschen verplant, dass ich nicht eine Nacht gebucht hatte, sondern zwei. Äh, erklär gleich warum. Und dann, ja, haben wir gesagt, ja, machen wir Samstagabend Katamax. Wie sieht's aus? Und von Katamax gab's gleich eine kalte Abfuhr, ne? Der meinte, mhm, Jungs, das könnt ihr abessen. Das ist diesmal nicht so. Und ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung davon, wie der Druck geladen wird, ne? Und ja, deswegen kommt der ein bisschen später, weil Katamax erst, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ist der Feiern? Hat der irgendwas geantwortet? Ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, sein Bett ist auch nicht kalt. Ja, sein Bett ist nicht kalt, meinst du? Mhm. Ah. Ah ja. Aber aufgewärmte Suppe kann auch manchmal ganz lecker sein. Vor allen Dingen in dem Alter, Janni. In dem Alter ist so alles, was du anhattest, war die Zigarette, Alter. Ja. Manchmal auch die Socken, wenn du zu faul warst. Was? Bist du ein Typ? Nie. 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 Nie die Socken. Nie. Ja. Oh. Was denn? Was war denn das? Also, nee, ja, nie die Socken. Aber bei dir scheint das an. Ja, doch. Bei dir ist es anscheinend eine Option. Alter, wenn du in der Jugend richtig einen sitzen hattest? Klar, hast du die Socken angelassen. Nee. Ah, komplett. Nee. Doch, Team Socke. Mittlerweile nicht. Mittlerweile bin ich alt. Mittlerweile kann ich das an meinen Füßen nicht mehr. Aber früher, klar. Nee. Ja, egal. Jedenfalls, äh, hatte ich eben schon gesagt, ich bin im Erzgebirge gewesen, Hannes. Und weißt du, was ich total geil finde? Kennst du diese Bögen? Schwupp. 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 Nicht, Schwupp. Ich glaube, die heißen Schwuppbögen. Schwuppbögen. Ich glaube, die heißen Schwuppbögen. Schwuppbögen. Warte, ich google das mal schnell. Schwuppbögen heißen die. Ja. Nice. Bisschen Ahnung habe ich davon auch meistens. Ja. Ich finde die total geil. Meine Mutti hat so einen ganz großen. Ja, wir haben... Hat sie sich vor ein paar Jahren mal gekauft. Wir waren in Seifen, also in der Nähe von Seifen, in Neuhausen heißt das. Da in dem Hotel, wo ich als Kind immer war. Also da grundsätzlich, für meine Eltern, meine Ossie-Eltern gab es immer nur Ostsee- oder Erzgebirge. Das war so mein Urlaub. Wir sind nie geflogen. War jetzt nicht schlimm, weil war ja trotzdem cool. Urlaub ist, ich glaube, egal wohin und egal wie oft, ans Kind ganz geil. Und das hatten wir meiner Mama zu Weihnachten jetzt geschenkt gehabt. So ein bisschen, damit sie mal rauskommt. Wir hatten ja jetzt nicht das leichte, private Jahr gehabt, weißt du. Und hatte voll vergessen, dass wir zwei Tage, also zwei Nächte gebucht hatten und nicht nur eine. Ja, und so kam dann auch, dass der Podcast jetzt ein bisschen später kam. Und so kam dann auch, dass ich meine Liebe zu Schwuppbögen wieder gefunden habe, Hannes. Ich finde die Dinger, die Dinger sehen einfach gut aus, weißt du. Kennst du das, wenn das irgendwie komplett passt mit Rundungen, mit diesen Figürchen und du sagst, okay, das ist mein Schwuppbogen? Ich habe diese Liebe zum Schwuppbogen. Also ich finde die ganz okay so, wenn die jemand bei uns ins Fenster stellt und man sagt, ach guck, schön, wie der da leuchtet. Aber ich gehe jetzt nicht durch den Laden und sage, ach, das, du bist mein Schwuppbogen. Hast du gehabt? Ich habe mir einen gekauft, Alter. Und die Dinger sind nicht günstig, kann ich dir sagen. Nee, die kosten unendlich Geld. Ja, aber ich konnte nicht anders. Eins unendlich Geld. Stand da auch auf dem Schild, oder? Da stand ja keine Zahl. Du hast geguckt, was kostet denn der? Und da stand einmal UE, unendlich. Ja, ich sage, mir tut die Niere noch ein bisschen weh. Wenn ich die da geblieben ist, weil die jetzt die Arbeit... Die da geblieben ist, weil die doppelt arbeiten muss. Nee, ich habe mir also einen relativ kleinen gekauft. Nadine hat auch ein bisschen mit den Augen gerollt, aber ich habe mich da verliebt und habe gesagt, das muss jetzt auch mal sein, weißt du? Nadine hat mir den Augen gerollt, das heißt, die Hauptinitiative kam von dir? Die kam von mir, ja. Sie fand das eigentlich gar nicht so gut, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Aber ist okay. Also, ich habe mich da wirklich in so einem kleinen... Ich finde das total geil, das kannte ich noch gar nicht. Die früher sind ja immer mit so einer Kerze drauf, ne? Nee, die ist so LED heutzutage alles. Ja, die Lampen. Aber trotzdem ja immer noch manchmal auf alt gemacht und wie so eine Kerze, ne? Das neue Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange das... Das gibt vielleicht sogar schon fünf, sechs, sieben Jahre, keine Ahnung. Ist jetzt so ein bisschen mit LED-Band zu arbeiten und das zu verstecken im Holz. Ja. Und das sieht richtig geil aus, weil das ja gleichmäßig beleuchtet ist dann dadurch, ne? Okay. Und da habe ich mich verliebt. Da habe ich mir einen gegönnt. So mit kleiner Kirche und kleinen Sängern davor und alles aus Holz geschnitzt und... Magst du, wenn der Podcast rauskommt, einen kleinen Insta-Post mal bezüglich einem Podcast und uns den einmal zeigen? Ja, ich würde es auf Insta posten. Soll ich was sagen? Ich habe den auch hingestellt, weil ich gesagt habe, ist mir kackegal. Da ist jetzt kein Weihnachtsmann oder so drauf. Und ich glaube, dass die in solchen Gegenden das auch den ganzen Winter stehen haben. Weißt du? Das ist wie ein Schweden, glaube ich. Dass die da auch das einfach stehen haben. Und nicht wegnehmen. Wir sind ja da total radikal gewesen. Am 1. Januar ist unser Weihnachtsbaum rausgeflogen. Weißt du? Nee. Bei mir und Lisi ist das nicht so. Also jetzt am Mittwoch wird der abgeholt. Bis Mittwoch haben wir den auch abgeräubert. Und Lisi wartet auch immer bis... Alle Heiligen, glaube ich, ist das der 6., ne? Ja, tatsächlich. Da hat sie ein bisschen ihre Regeln. Aber wir lassen zum Beispiel die Sterne und Schwibbögen fast den ganzen Winter da noch da. Weil das einfach so eine schöne weihnachtliche, in einer weihnachtlich-winterlichen Stimmung macht. Finde ich auch. Aber Frau Farming hat das halt abgeräumt gehabt. Und jetzt habe ich provokant das Ding hingestellt. Aber sie hat sich auch eine Kleinigkeit geholt. Kennst du diese Pyramiden mit, wie heißt das hier, Teelichtern? Diese ganz kleinen Pyramiden, die wirklich, ich glaube, die hat 60 Euro gekostet, ihre Pyramide. Also da gibt es ja welche für 3.000 Euro plus, ne? Die sind größer als du, Alter. Ich habe sogar auch eine... Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Aber erzähl weiter. Ich habe gedacht, das war der Punkt. Achso, nee. Aber bei der Pyramide muss ich sagen, ich weiß nicht, ob wir was falsch haben, ob wir die falschen Kerzen haben. Aber eigentlich müssen die sich ja drehen irgendwann. Unsere dreht sich... Also du merkst, wenn du die leicht anpustest oder in die Nähe kommst, dann geht es. Aber ich glaube, dass sie irgendwelche Teelichter hat, wo die Flamme zu klein ist. Weißt du? Der doch zu klein oder so, keine Ahnung. Da müssen wir nochmal nachprüfen, weil eigentlich an sich kommst du da in die Nähe, läufst dran vorbei, fängt sich das Ding alleine durch den Wind zu drehen. Aber von der Kerze alleine nicht. Da müssen wir nochmal nachprüfen. Da prüft er nochmal nach, Mensch. Ah, ja, ja. Wir haben tatsächlich auch eine gehabt, so eine ganz kleine mit drei Kerzen. Aber wir finden die nicht. Okay. Also wir hatten von einem Weihnachten auf das andere, ist die verschwunden bei uns. Mhm. Die war auch so klein, holz, teuer. Klein, holz, teuer. So kann man die ja zusammenfassen. Ja, das ist auch nur eine bei uns mit zwei Kerzen sogar. Nur eine vorne, eine hinten. Weißt du? Hm. Und der Schwibbogen ist auch was. Ich schicke euch ein Foto davon. Aber so mit LED-Band und so, das macht schon was her. Das ist schon eine 10 von 10. Und nächstes Jahr denn auf so einen großen oder was? Ich habe mich in einen richtig großen verliebt. Aber das Ding da ist, da muss ich noch ein bisschen Lotto spielen und gewinnen. Das Ding kostet 4.100 Euro. Das ist aber wirklich ein großer Schwibbogen. Krass. Also ich hätte Fotos machen sollen, mehr Fotos machen sollen. Lustigerweise habe ich aber ein, zwei Fotos aus der Gegend gemacht. Und alleine an dem Hügel, den Frau Farming fotografiert hat, wurde von Zuschauern erkannt, wo ich bin. Wahnsinn. Mhm. Ich habe das auch mal. Wir hatten so eine Story aufgenommen in einem Ort, wo wir durchgegangen sind. Da haben die Leute das auch sofort erkannt, wo das war. Du hast kein Ortsschild gesehen, gar nichts. Ja, und bei der Landschaft, nee, wir haben auch nichts hingeschrieben. Also in dem einen Dorf hatten wir ja geschrieben, wo wir sind. Aber bei der Landschaft, die sie morgens fotografiert hatten, nichts. Und trotzdem, ach, ihr seid da und da. Auf dem Koordinat, genau, Alter. Ja, danke. Einige haben beeindruckende Stalking-Skills. So. Das ist so. Ich sehe da Zukunft bei irgendwelchen Organisationen. Ja, vorhin, als wir angefangen haben, habe ich gedacht, Mensch, ich habe noch gar nicht so richtig Redelaune. Aber die Friseurinnen-Story hat mich wach gemacht. Und der Käffchen. Die war gut. Käffchen auch. Aber jetzt ist so der Moment, wo ich gerne meinen zweiten hätte. Würdest du dir schnell einen machen? Machen wir Pause? Nee. Nee? Ich würde es dir anbieten. Nee, ich will auch oben jetzt hier, will jetzt hier oben auch keinen wecken und so. Die schlafen ja alle noch tief und fest. Ja, Pia hat mich gerade angeguckt, ne? So richtig verschlafen, mit Augen reiben und guckt mich so an, ohne was zu sagen. Und Papa sagt ganz ruhig, Pia, das ist noch mitten in der Nacht. Leg dich mal nochmal hin. Oben gedreht, ohne was zu sagen. Hingefallen, als sie gerade von unten nach oben gekommen hat, hat sie wieder geschlafen. Ja, das klappt bei Anton auch immer zu sagen, das ist noch mitten in der Nacht. Hm. Das ist ja auch. Und manchmal stiefelt er dann zum Fenster, macht dann Rollo beiseite und sagt, ja stimmt, ist noch dunkel. Aber ich finde auch aktuell noch nicht, dass das so richtig, dass das irgendwie heller wird. Eigentlich müsste das doch schon, also die, das müsste doch draußen, aber irgendwie wird's noch nicht. Nee, weil wir, glaube ich, bei ganz schön dunkel waren. Ja. Ja, das ist so. Und jetzt ist ja eh schneeig draußen und bewölkt, weil die Sonne hat man auch gefühlt schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Mhm. Obwohl letztens hatte man einen sonnigen Tag. Hat sich komisch angefühlt. Aber Regen, Regen ist schon da, ne? Ja, Regen hat nicht aufgehört. Der war nie weg, sagen wir mal so rum. Und meinst du, sind wir durch? Ah, jetzt sind wir erstmal durch, würde ich sagen. Ich sag mal so, die Keller sind hier jetzt auch langsam durch, ne? Grundwasser drückt dermaßen. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast schon erzählt mit dem Keller, der Schwester von Nadine. Drückt hier ganz schön. Also Grundwasser ist, sind wir durch erstmal. Da müssen wir, da müssen wir jetzt, jetzt können wir mal sagen, Storno. Aber jetzt, jetzt ist das auch wieder so, sag ich dir, Janni, jetzt haben wir auch wieder Wasser, dass wir im Frühjahr nicht richtig rauf können und schmieren uns ein zurecht. Und dann ab Ende März ist wieder Ende. Ja, und dann heißt das wieder, jetzt sind sie wieder nicht zufrieden. Ist so. Ist so. Ihr habt doch vor einem Monat noch gesagt, jetzt reicht's. Ja. Genau, jetzt ist zu viel Wasser. Jetzt ist wieder zu wenig, oder was? Ja. Du, aber hätten wir die hunderter Böden, weißt du, die einfach mal so 700 Liter Wasser vorhalten können. Oh, das währt Janni. Dann bist du durch. Dann bist du durch. Und bei uns hier drei, 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 drei Gramm Sonne drauf, einmal Wind und schon lassen die Pflanzen wieder die Ohren hängen. Obwohl ich gerade teilweise froh bin, dass unser Boden Wasser durchlässt, ne? Also aktuell bei den Massen, die da jetzt gekommen sind. Ich habe zwar auch Pfützen mittlerweile auf meinen Sandböden stehen, weil irgendwann ist auch da gut, aber im Großen und Ganzen hat mein Boden das ganz gut weggeschluckt, ne? Wenn du da ein bisschen südlicher fährst und alles, da siehst du schon. Da ist ein bisschen mehr abgesoffen, ne? Könnte das ein Podcast-Titel sein? Ganz gut weggeschluckt? Ich weiß doch nicht, was heute noch für Themen sind. Max, deswegen kannst du dich schon einmal zwischendotieren. Wir haben noch kein Handy rausgeholt aktuell. 20 Minuten ohne Handy. Ohne Notizen. 20 Minuten ohne Handy ist für einige Suchtis aber auch ein hartes Leben, oder? Erst recht, wenn du so ein gutes Online-Game hast oder ein gutes Handyspiel oder so, was ich aktuell, ich bin ja mal auch in Heyday gefangen, ne? Und wenn du ein gutes Spiel hast, verlierst du auch deine Zeit da drin. Aber Heyday hat mir irgendwie nach, keine Ahnung, 10 Tagen überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Oh, ich bin jetzt in der kurzen Zeit Level 34, 35 oder so, hab jetzt sämtliche Tiere von Ziege bis Kuh alles auf dem Hofdach und darf seit gestern noch Kartoffeln anbauen. Also ich mach jetzt Kartoffeln, mag es auch noch ein bisschen Konkurrenz. Ich hab tatsächlich, Janni, nicht ein Handyspiel drauf, außer Pokémon Go, was ich ab und zu mit Anton spiele. Nie. Ich hab nie Handyspiele auf Handy. Ich ansonsten auch nicht. Aber das hat's mir grad angetan. Ich hatte irgendwann mal gesucht beim Warten, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war. Ja, du warst irgendwo im Wartezimmer, meinst du mich erinnern. Ja, und hatte gefragt und das war so mit die meiste Antwort und da hab ich mich runtergeladen und bin noch ein bisschen gefangen. Ist okay, dadurch, dass ich mal in Livestreams und auf Insta dann halt diesen Code geteilt hab. Ich glaub, ich hab 300 Freunde in diesem Spiel. Und das ist da ziemlich geil, wenn man nämlich mal was braucht. Irgendwie gehst du mal so durch diese Geschäfte durch bei den anderen Leuten und da wirst du meistens fündig. Das heißt, wenn du da viele Freunde hast, ist das so ein bisschen einfacher, das Gefühl bei dem Spiel, weißt du? Mhm. Ja. Es ist einfach ein Vorteil, Freunde zu haben, Hannes. So wie dich. Mhm. Geht runter wie Öl. Aber ich bin tatsächlich kein Freund von Handyspielen. Irgendwie machen mir die keinen Spaß. Trotz, das Display ist mir zu klein, das mit dem Finger ist so fingerlich und ach, keine Ahnung. Aber warst du früher so Browser-Game-Fan? Weißt du noch? Also ich weiß nicht, ob du das Spiel noch kennst, Penner-Game. Kennst du das noch? Mhm. Wir hatten ein Browser-Game in der Schulzeit, das hieß TDM The Dark Millennium. Das war so mit Raumschiffen, so wie Dark Orbit O-Game gab es das so ein bisschen so ähnlich. Ja, O-Game habe ich gezockt. Genau. Und TDM war so ziemlich so ähnlich. Und das haben wir damals wirklich alle Mann gesuchtet. Mhm. Und das war dann eigentlich auch mit Browser-Games und so. Nee, bei mir war noch Penner-Game. Das war auch so ein Spiel, da hast du Flaschen gesammelt, möge ich mich zu erinnern. Und das hat echt Spaß gemacht, ne? Flaschen sammelt. Mittlerweile, ja, mittlerweile auch nicht mehr politisch korrekt, aber gut, was ist das noch von früher, ne? Ja, so viele Dinge sind eigentlich nicht mehr politisch korrekt, ne? Ja. Also, ja, das ist so. Aber das hat früher echt Spaß gemacht, dieses Spiel, genauso wie O-Game und dann auch diese Knuddelzeit da mit dem Billard und weiß ich, was du da halt machen konntest, dieses Mafia-Spiel und so. Würde mich jetzt, glaube ich, nicht mal mehr eine Stunde halten. Nee, ich glaube, ich hatte damals auch eins mit Cannabis-Imperium oder so. Ja. Das war auch ganz schön geil. Das war auch ganz schön geil. Ja. Da musstest du verschiedene Cannabis-Pflanzen züchten und die dann kreuzen und dann konntest du damit bessere Joints herstellen, hast damit mehr Geld am Markt erzielt und so. Irgendwie waren Spiele früher krimineller, habe ich das Gefühl, ne? Ja, heute wäre das alles nicht mehr korrekt. Heute dürftest du nicht mehr im Tabak-Imperium spielen oder irgendwie sowas. Ja, doch immer wieder mit diesem Zeichen von der Zigarette, die dann jede, alle 15 Minuten wird dann irgendwie so eine Raucher-Lunge eingeblendet oder so ein Fuß oder so, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Oder so ein Fuß ist permanent, sondern ein Begleiter. Du hast keine Maus zum Klicken, sondern einfach einen Raucherfuß, womit du überall raufklickst, weißt du? Das ist es, Alter. Die Abschreckung im Cursor, Alter. Ja, aber das gab es schon früher, coole Sachen, gibt immer noch coole Sachen. Man sagt immer so viel früher, dabei haben wir mittlerweile Fortnite, weißt du? Wir haben geile Farming-Simulator oder so und da bin ich auch gespannt, ob wir, wenn wir in 10 Jahren oder 20 Jahren hier immer noch sitzen, ob wir dann auch immer noch von früher reden, aber dass ein anderes früher ist als jetzt, weißt du, was ich meine? Das denke ich wohl. Oder? Das denke ich wohl. Dass wir dann sagen, auch so früher, dann reden wir aber nicht mehr hier von Penner-Game oder Cannabis pflanzen, sondern dann reden wir vom LS22 und GTA V oder so, weißt du? Obwohl man ja nicht den LS08 als früher anführt, dass der geil war. Ich habe noch nie LS gespielt, so krass wie mit dem 19er und 22er, also da früher bin ich richtig raus bei dem LS. Also ich muss sagen, ich habe den 8er damals richtig hardcore, 8er, glaube ich, oder war der 7er und dann kam der 9er, ich weiß nicht mehr, jedenfalls als der rauskam und dann kam ja ein paar Jahre später, kam dann auch, glaube ich, ich sag schnell hier, Multiplayer mit Netzwerkspiel und da hatte ich einen Kommilitonen im Studio, mit dem haben wir richtig hart gesuchtet, Alter. Überleg mal, das haben wir in echt gehabt, aber wir haben dann im Winter nochmal, nochmal richtig und dann, ne? Und dann als die Helfer nachher auch besser wurden und sowas, weil die sind ja nach wie vor nicht richtig gut, aber nee, hat schon Bock gemacht. Aber ich arbeite auch nie mit Helfern, weißt du? So. Arbeitest du viel mit Helfern? Ja, ich spiele tatsächlich den LS so, als wenn ich Verwalter wäre. Also ich, tatsächlich auch mit Cosplay und Kursen und so und da habe ich auch wieder richtig Freude dran, das alles so zu optimieren, dass die Gülle-Kette von ganz alleine fährt, so, weißt du? Ja, aber das ist doch wieder eine Geschäftsidee, ne? Wir bringen den Farmmanager raus. Den gibt's schon. Den gibt's schon? Ja, ich bin ja mal der Farmmanager, gibt's schon irgendwo. Okay. Ah, schade. Meine Idee geklaut. Aber da habe ich tatsächlich ein bisschen Bock dran. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass ich mehr LS-Bock habe. So aus dem Herbst raus habe ich da richtig Spaß dran gehabt. Zur LS-Beziehungsweise am Gedanken-LS. Aber letztens war ich mal mit Anton, der hat eine Runde, der wollte ab und zu will er eine Runde Medrischer fahren. Da habe ich dann auch mal wieder reingeguckt und habe den auch so, so, kennst du das? Wenn du so eine totale Vorfreude hast, bis du das dann vor deinen Augen hast und denkst so, ne, ne. Weil das ist auch teilweise, manchmal hat man nicht so Bock auf Spiele, die so viel Zeit klauen. So Fortnite, gehst du rin, zwei, drei Runden und gehst wieder raus. Kriegst von Sack und gehst enttäuscht nach Hause. Ja. Gehst von Sack. Obwohl wir, wir müssen ja mal eigentlich, also ihr wisst zu wenig von unserer E-Sports-Karriere aktuell, ne. Die ist noch so ein bisschen geheim gehalten, Hannes. Also wir reden mal wieder drüber, dass wir Fortnite zusammenspielen, aber dass wir den einen Sieg nach dem anderen holen, so wie das letzte Mal, ne. Wahnsinn. Meinst du den Abend, wo wir nur vom Sack gekriegt haben und aufgegangen sind? Alter, wir haben einen epischen geholt. Stimmt, letztens. Und damit sind wir schlafen gegangen. Damit sind wir schlafen gegangen. Und da haben wir richtig rasiert. Das war wieder eine Koordination mit 15 Kills raus. Und auch vor die Runden, wo du dich noch ein bisschen hast feiern lassen, wo ich mit Lisa alleine gespielt habe, bin ich mit ihr Zweiter geworden, Dritter geworden. Also echt, man muss ja nicht immer gewinnen, um gut zu spielen. Was heißt, ich habe mich feiern lassen, ich habe Anton ins Bett gebracht. Das war ich ja. Ich habe übrigens zwei, ich habe unsere Crews gewachsen. Ich habe zwei neue Leute akquirieren können. Wer? Ein Freund, Danilo, heißt er. Seine Frau Peggy hört ja auch immer unseren Podcast. Die wird jetzt hören und denkt, ach so. Oh nee. Da kann auch froh sein, dass der Podcast später rauskommt. Ich habe sie von Warzone rübergeholt. Und René. René hat tatsächlich auch AIM. Danilo nicht so. Endlich. Endlich einer mit AIM. Danilo nicht so, aber René hat AIM. Also mit denen habe ich vorgestern Abend gespielt. Und mit Danilo hatte ich gestern Abend noch zwei, drei schnelle Ründchen gemacht. Habt ihr was geholt? Nee, gestern nicht. Aber vorgestern, glaube ich, hatten wir zwei epische, glaube ich. Und mit Danilo habe ich angefangen. Und Danilo hat auch zum ersten Mal Fortnite gespielt. Und dann hast du ja relativ einfach eine Lobby. Da haben wir vier Siege hintereinander geholt. Gleich zum Anfang. Ja, aber das sind auch absolute Bot-Lobbys. Die bleiben halt komplett an der Wand kleben. Genau, aber gestern hatten wir gute Schwitzer dabei. Gestern hatten wir einen dabei, der hatte Level 160. Der hat Solo in den Duos gespielt. Ja, der, glaube ich, hat auch einen Sieg nach dem anderen geholt. Ja, manchmal ist Lobby Glück, muss man sagen. Manchmal ist gutes Gegenplay. Und dann kommt drauf an, ob auch die Guten manchmal am Anfang Pech haben und rausfliegen. Ja, und ich finde immer so, erst recht, wir spielen ja ohne Bauen, ne? Weil für Bauen sind wir dann doch zu alt irgendwie. Und ich finde halt immer so, wer steht wo, wer hat den High Ground und so, das macht immer viel aus Richtung Sieg, ne? Musst du erst Richtung Zone, stehst du schon an der Zone? Weil am Ende bewegt die sich ja nach links und rechts oben unten, weißt du? Da weißt du ja auch nicht mehr, wo sie kommt denn, ne? Und wenn du da schon stehst, hast du natürlich einen Riesenvorteil, wenn du dich nicht bewegen musst und die alles schon wegfangen kannst, ne? Janni, wahre Worte. Wie ein Löwe. Wie ein Löwe, der Löwe hat, der Löwe hat gesprochen. Ach, Alter. Ne, aber ich muss sagen, also ich bin gerade aktuell noch nicht so, ich weiß nicht, 2023 im Dezember war ich so oft online wie gefühlt das ganze Jahr nicht, ne? Auch so mit Livestreams und so. Jetzt kamen so ein bisschen Weihnachtsfeiertage, wo es ruhiger wurde, Silvester und viel Zeit mit der Familie. Und irgendwie musste ich mich mal auch wieder im Internet blicken lassen. Irgendwie schleift das jetzt gerade ganz schön im Januar, weißt du? Bei mir auch, ich habe ja bewusst mir freigenommen. Wollte heute eigentlich ein neues Video noch rausbringen, habe ich aber, ja, nicht geschafft. Kann man wirklich so sagen. Manchmal abends hast du keine Mut mehr, um noch ein Video aufzunehmen, weil du nicht so richtig, in dieser lockeren Redeverfassung bist, weißt du? Und, ja, ja, und jetzt habe ich auch kein Video, Janni. Obwohl ich eigentlich eins rausbringen wollte. Ich wollte auch. In dem Video habe ich sogar noch gesagt, das wird jetzt zeitnah rauskommen. Ist jetzt auch schon über fünf Tage. Ja, und Stream geht nächste Woche weiter, habe ich mir gedacht. Ja, 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 nächste Woche. Apropos nächste Woche, morgen ist der 8.1., ne? Streamst du? Ich überlege. Ich weiß es noch nicht so richtig. Also nicht, weil jetzt, ja, wir kriegen ja gerade auch viel Gegenwind, muss man sagen, ne? Also nicht wir an sich, eigentlich nur die Gruppierung oder radikale Gruppierung. Ich selber ziehe mir da auch nicht mit rein. Aber, ähm, ich weiß noch nicht so richtig, ich muss das irgendwie. Ich habe ja meine Kameras immer an den Traktor, weißt du? Mhm. Und wenn ich den Traktor ausmache, ist bei mir ja Funkstille. Egal, ob Router oder sonst was, ne? Internet weg, alles. Und das Problem ist, ich weiß jetzt bei dieser Fahrt nicht. Also wir haben jetzt einen Plan. Wir fahren in die Landeshauptstadt Potsdam. Alle hat angemeldet erst mal soweit. Mal gucken, ich weiß nicht, soweit soll das halt rechtens sein. Also filmen kann ich dann, was ich da mache. Und, äh, ich weiß auch noch nicht so richtig, wenn wir ab und zu den Traktor ausmachen. Dann ist mein Stream aus, ne? Das nervt mich so ein bisschen. Und das dauert ja auch alles ein bisschen, bis es hochgefahren ist. Denn die GoPros immer wieder an und aus machen. Du weißt, wie das, das nervt. Aber deswegen versorge ich das ja mit Powerbanks. Wie lange hält dann so eine 20? Also eine Zehntausende, eine Zehntausende hält tatsächlich, ähm, ungefähr einen ganzen Streaming-Tag. Also eine GoPro nimmt, glaube ich, ungefähr so 800. Ne, da brauchst du eine Zwanzigtausende. Also wenn ich, eine Zehntausende nehme ich jeweils eine Zehntausende und komme einen Zwölf-Stunden-Tag ohne Probleme. Eine Zwanzigtausende, ja, auch ähnlich. Ja, da, und, also ich fahr halt nochmal auf Arbeit, wenn ich jetzt die ganzen Powerbanks finde, direkt, dann würde ich sie auch reinwerfen und laden noch, weil dauert ja auch, bis so eine Zwanziger, Zwanzigtausender voll ist, dauert ja auch ein bisschen. Und, ähm, ja, dann überlege ich sogar, ob ich einen Traktor mit nach Hause nehme, schon. Weil bei uns geht es sehr, sehr früh los, um 4 Uhr, wollen wir los, 4.15 Uhr. Dann bräuchte ich nicht nochmal eine Firma, weißt du, was ich meine? Habe aber ein bisschen Angst, was die Temperaturen angeht. Was mein Carre nicht angeht, weil ich keinen richtigen Winterdiesel habe, ne? Ich habe diese, ich habe diese Zwischendinge, diese, ja, ich glaube, bis minus 10 Grad ist der, ne? Und wir sollen ja minus 10 über der Nacht bekommen. Ich habe ein bisschen Angst wegen meinem Diesel, bin ehrlich. Wir haben tatsächlich mal uns so ein Additiv noch gekauft. Also einige Leute machen das ja immer mit Spiritus, aber wir haben tatsächlich, da gibt es so ein Additiv, kriegst du da auch beim Händler, kostet auch nicht mehr, kostet auch ein Appel und ein Ei. Und dann haben wir dann mal da gleich vorsorglich mit reingekippt, aber wir kriegen tatsächlich auch mal schon, glaube ich, ab 1. November oder so wird da diese. Ja, ich habe ja aber ab November nicht mehr bestellt, weißt du? Ja, stimmt. Ich war ja bis November durch, da bestelle ich ja nichts mehr dann, weißt du? Ja, aber wir haben dieses Zwischending noch bekommen, das soll wohl bis minus 10 und wir haben jetzt gesagt, wir müssen gucken, vielleicht hat sich das ganze Ding auch erledigt, weil, ja, der Traktor nicht anspricht oder die Traktoren, wir wollen ja mit zwei Traktoren fahren, weißt du? Mhm. Müssen wir mal schauen. Das wäre zwar schade. Ja, müssen wir mal gucken. Sveni fährt morgen bei uns mit mit dem Traktor. Wo fahrt ihr? Na, wir machen das ein bisschen getrennt. Sveni ist hier auch bei dem Kreis ein bisschen zugeordnet, das ist hier so ein bisschen regionaler organisiert. Ein Landwirt hat dann immer so ein bisschen die Organisation und da fahren dann die anderen dann immer mit. Die fahren wohl rund um die Autobahnauffahrten und so. Und ich fahre mit meinem Unternehmerfreund Danilo, ich weiß ja, ich habe auch keinen Lappen mehr, ich habe den ja abgegeben. Wir fahren tatsächlich nach Neubrandenburg und da wird es einen Unternehmerstreik geben. Also hier machen auch die ganzen Unternehmer mit und weil er Unternehmer ist, ja, da gibt es irgendwie erst ein Autokorso und da gibt es dann wohl eine Kundgebung auf dem Markt am Ende. Und ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich habe auch erst überlegt zu streamen, aber das ist ja, ich meine, das Autokorso kann man ja streamen so. Aber ich habe nachher bei der Kundgebung, habe ich auch keine Lust, dann alles Equip mitzuschleppen. So, weißt du, da alles in den Rucksack zu packen, vielleicht mache ich nur das Autokorso und wenn wir dann aussteigen, dann mache ich erst mal aus, weißt du? So, wäre ja eine Möglichkeit. Ja, ja, müssen wir mal gucken, ne? Und es ist ja auch sehr, sehr früh, also guck mal, um 5 Uhr ist bei uns schon Abfahrt in Nauen. Bei uns ist es auch 5 Abfahrt. Genau, dann fahren wir noch zu einem anderen großen Betrieb hier in der Nähe, da warten andere Traktoren. Dann fahren wir weiter noch Richtung einem riesen Spargelhof in Kleistow. Ein riesen Ding, da wo ich mal ein Foto geschickt hatte, wo du gesagt hattest, Mensch, jetzt hat Bescheid gesagt. Zu dem Hof, da sammeln sich nämlich die ganzen Traktoren und dann geht es halt weiter in die Landeshauptstadt. Und das wird zeitlich auch ziemlich dauern, das ist eine Riesenstrecke von uns, muss man sagen. Also, das müssen wir mal gucken. Wäre schon ganz witzig, wenn der Stream mitläuft, das Einzige, was dann aber auch nicht klappt, ist Nadine, das ist zu früh mit den Kindern und so. Die kriegen wir nirgends wo unter, da um 4 Uhr, weißt du? Und will ich auch gar nicht die irgendwie hinscheuchen mit Schule und sonst sowas. Das ist ja für die auch nicht gut und, weißt du, dann, ja, fahr ich diesmal alleine. Ist ähnlich wie bei uns. Lisi ist ja eine Antoinbetreuung. Wir haben aber jetzt gesagt, morgen wegen dem ganzen Verkehr, lass nur Anton dann auch zu Hause. Ich meine, er könnte theoretisch zu meiner Mutter, aber dann müsste er ja heute Nacht da auch schlafen. Und das wollten wir jetzt eigentlich auch nicht. Den Joker bei Oma und Opa schlafen will man ja auch nicht. Ist so, den hebst du dir auf. Den hebst du dir wirklich auf, das ist ein Joker. Ja, das ist so, das ist so. Ja, nee, und deswegen wäre ich auch alleine, das ist immer ein bisschen traurig, aber das geht diesmal nicht anders. Ich denke, nächste Woche, wenn wir nach Berlin fahren, kommst du auch nach Berlin? Ja. Am 15. Ich hoffe, wenn Bus und Bahn natürlich nicht fahren, habe ich verspielt, ne? Ja, das ist ja wirklich. Lisi stellt sich das ja so locker vor und sagt, nee, da fahren wir mit dem Auto. Ich glaube, sie hat, also ich weiß es ja noch aus 2019 oder wann wir nach Berlin gefahren sind. Da kannst du mit Fahrrad fahren, bist genauso schnell. Ja. Du kommst hier einfach nicht voran. Ja. Und von daher sage ich, du Auto kannst stecken lassen. Entweder fahren wir mit Bus und Bahn, also mit Bahn dahin und kriegen das hin. Ansonsten hat sich das geerdet. Hm. Hm. Ja, also wie gesagt, ich würde mit Bahn fahren. Ich fahre mit Traktor. Ich habe es nicht so weit. Nee, du hast es wirklich nicht so weit. Ich meine, so wäre ich ja auch relativ fix da, vier, viereinhalb Stunden oder so bestimmt. Obwohl das in diesen Demos ja auch so ist, also für die kurze Strecke letztes Mal hin haben wir vier Stunden gebraucht. Dann ist ja das. Das ist ja so, dass sich das halt, das sind 15 Kilometer gefühlt bis, ja, Ortseingang, ich habe es gesagt, Ortseingang Berlin. Und dann brauchst du aber auch nochmal drei Stunden, weißt du? Also ich weiß, dass wir damals, glaube ich, sind wir um eins oder zwei hier losgefahren. Und das ging relativ flott. Und dann haben wir uns erst in Neustrelitz versammelt. Das ging auch relativ zügig. Und dann sind wir nach Oranienburg. Und da waren schon richtig viele Trecker. Und da ging es nachher los mit Stau. Mit Rückstau. Und ich bin der Meinung, wir waren schon um 5 Uhr oder um 6 Uhr in Oranienburg. Das war mega früh. Und wir haben es nicht mal bis zur Kundgebung. Wir waren irgendwie 13 oder 14 Uhr am Brandenburger Tor. Und dann war dann auch so, einmal aussteigen, zum Brandenburger Tor gehen. Ja, dann kamen uns schon alle entgegen, wieder in Trecker und wieder los. Also wir waren auch 21, 22 Stunden. Also ich war nachher richtig hart müde da auf die letzten Meter. Das weiß ich auch noch. Ja. Ja, ich weiß also, mein Schulkollege, der ist heute schon unterwegs. Der ist mit Kemper da. Der bleibt aber die Woche auch. Das ist der Trupp, der dann heute da schon antanzt. Die ist auch angemeldet. Lustigerweise von dem jungen Mann, der den Häcksler angeworfen hat beim letzten Mal. Hast du ja mitbekommen, ne? Mhm. Mit dem habe ich auf Instagram geschrieben, die Tage. Ich weiß gar nicht, wie das kam irgendwie. Ich habe den Namen von dem jungen Mann gelesen. Irgendwie in einer Gruppe, in einer WhatsApp-Gruppe. Und habe dann gedacht, hä, den kennst du doch, den Namen. Bin in meine Insta-DMs reingeslidet. Und dachte mir, sag mal, der hat mir doch schon Sprachnachrichten alles geschickt. Dass er, wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll, dann soll ich mich ihm anschließen. Und bla bla bla. Total nett, total sympathischer Typ, ne? Und dann habe ich ihn erst mal angeschrieben und gesagt, du sag mal, Keule, warst du das mit dem Häcksler? Jojo, sagt er. Mit so verschiebenden Smiley, weißt du. Sag ich, da habe ich irgendwie geschrieben, gute Aktion oder nice oder so. Dann habe ich gefragt, gab es noch irgendwie Ärger? Dann sagt er, nee, nee, du. Aber trotzdem komisch, wenn die Polizei dich abführt. War wohl sein erstes Mal. Die haben sie abgeführt, ne? Ach, die mit dem Häcksler haben sie abgeführt? Ja, ja, die haben sie abgeführt, wohl. Ähm, lustigerweise hat er aber auch gesagt, also wir haben ja auch mit dem Anwalt gesprochen und so. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, es war ja vor ein paar Wochen eine Kundgebung und ein Häcksler war ja da und die haben da ein bisschen Stroh durchgejagt, ne? Und da habe ich ja in dem Podcast danach schon gesagt, Leute, das haben die sogar alles wieder aufgesammelt, ne? Also die haben ja Säcke mit bei ihr gejagt. Ja, genau, ich habe sie auch fegen sehen. Genau. 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 Wurde alles wieder aufgesammelt, da ist nichts passiert und sonst sowas. Und so hat er auch geschrieben, also die denken nicht, dass es da irgendwie irgendwelche Probleme gibt. Da ist, sagen wir mal, da ist ja nichts abgekippt worden, was dann hinterher andere beseitigen mussten. Selbst der Misthaufen wird wieder aufgesammelt, habe ich gesehen. Ja, aber teilweise von der BSR, ne? Also das haben dann nicht die Landwirte selbst gemacht. Also einer hat ich gesehen, da hat die BSR geschippt, weißt du? Aha. 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 Ja. Naja, ansonsten ist es zurzeit ziemlich wild so in meinen Insta und Threads-Dingern. Also ich stichle gerade auf viel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, kennst du Threads schon? Von Insta, dieses Twitter in Anführungszeichen? Nee, ist das eine neue Plattform? Ja, sozusagen, glaube ich. Seit Dezember jetzt oder so. Da habe ich da mal reingeguckt, immer wieder. Aber du hast doch Twitter getwittert? Twitter habe ich gelöscht. Genau. Und habe jetzt Threads, Alter. Und da ist der kleine Trollian unterwegs. Und ich habe so viel Spaß da, Alter. Hannes, komm da rein, lest mal durch, was die da für Spaß haben. Nee, 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 nee. Aber da ist auch viel, viel Gemüse unterwegs auf der Plattform, muss man sagen. Also das ist, wir sind, also was bin ich jetzt von Farmfascho bis, weiß ich, was bin ich jetzt, glaube ich, sind wir alles schon mittlerweile, ne? Weil ein paar vielleicht ein bisschen über eine Stränge geschlagen haben im Norden, wenn du mitbekommen hast. Das hast du ja, das hast du verspielt, das habe ich dir erzählt sogar noch, ne? Das hast du gar nicht mitbekommen gehabt. Ich habe das nicht mitbekommen, nee. Ja, die Jungs haben ein bisschen über die Stränge geschlagen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, man weiß ja letztendlich nicht, also die Berichterstattung ist ja auch sehr wild. Von Hetzjagd über, haben sie nicht vom Schiff gelassen, ist ja alles drin, oder? Ja, also ich sage, das Problem jetzt ist, also ich finde, so oder so schadet es aber trotzdem. Ja, ist doch so. Aber das ist ja auch das, was ich gesagt habe, man darf es jetzt nicht verspielen, man hat ja die meisten Leute hinter sich. Und jetzt darf man auch mit den Demonstrationen auch nicht übertreiben, also dass sie stattfinden, ja, aber dass Dinge gemacht werden, die nicht für Sympathie sorgen. So wie die Kleberkleber, die haben es verspielt. Ja, das kann halt schwer umschlagen. Zum Beispiel gestern mit meinem Nachbarbetrieb Peter noch telefoniert, gute Besserung, der hatte Corona, der wird auch nicht mit dabei sein, dem geht es da im Nachgang nicht so gut. Und der meinte auch, eigentlich wäre das eine gute Aktion da oben gewesen, man hätte den Weg frei gemacht und er hätte da durchlaufen müssen oder durchfahren müssen, weißt du? Und dann fährt er an wütenden Menschen vorbei, die auch gerne mal was rufen, was alle zu einem sachlichen Rahmen ist. Ich glaube, dass das für ihn auch Bilder gewesen wären. Naja, oder sie hätten sich ja einfach spalierartig aufstellen können und wegdrehen können. Oder so. Oder so. So sind sie jetzt einfach wieder Wutbauern, weißt du? Ja, und das Problem ist, dass wir jetzt alle, also so in diesen Sweats merkst du es erst recht, also vielleicht bin ich da auch in so einer Ekelbabel, also wahrscheinlich bin ich in so einer Ekelbabel drin. Nee, aber bei uns hat auch schon ein Kumpel angefangen mit seinem WhatsApp-Status, weil sie halt eine Freundin hat mit dem geschrieben, eigentlich den kenne ich auch schon 20 Jahre, aber es ist auch so ein Herr, der der Meinung ist, er hat immer recht, so weißt du? Und er vergleicht uns jetzt auch schon mit Klimakleber. Ja, das habe ich öfters gesehen. Und das hat sie ja auch noch geschrieben, oder er meinte ja auch, was war das jetzt da oben im Norden? Dann hat sie geschrieben, ja, das ist doch aber jetzt nicht was Großes organisiert ist, das Große geht ja von den Verbänden aus, das ist angemeldet, das sind ein, zwei Tage, die das gemacht werden, ne? Ja, und da wird alles über einen Kamm geschaut, muss man ja sagen. Und die Verbände versuchen das ja, wie soll man das sagen, aber die versuchen das ja schon zu organisieren, dass das in Anführungszeichen fair abläuft, verstehst du? Also, das ist ja jetzt angemeldet, es ist ja auch angemeldet, wo welche Autobahnen dicht sind, wo demonstriert wird, das ist ja alles in Absprache mit Behörden, das machen ja zum Beispiel Klimakleber ja grundsätzlich gar nicht. So, und dann gibt es ja diesen einen Tag, wo darauf das erstmal beschränkt ist und dann, glaube ich, 15., wo es dann in Berlin nochmal wieder ist. Ich weiß gar nicht, ich dachte, dass das jeden Tag jetzt ein bisschen was ist. Ich habe tatsächlich nur vom 8. überhaupt was mitbekommen, aber sicherlich überall wird es regional ein bisschen was geben, ne? Aber das ist ja so ein Ding und weiß ich nicht, wenn die Flugzeuge nicht fliegen, weil gestreikt wird, komischerweise nehmen Leute das dann aber hin. Ja, die fahren heute wieder nicht, wird doch gestreikt, so, weißt du? Obwohl ich jetzt aber auch richtig oft lese aus Richtung Pflege und sonst wo, naja, wir müssen uns anscheinend jetzt mal einen Traktor kaufen und so, weißt du? Also, es bashen ja auch jetzt Branchen, die sich eigentlich anschließen sollten, anstatt jetzt die Ellenbogen rauszufahren, weißt du? Und lustigerweise ist das bei uns auch so, ich bin, wir sind ja wirklich in vielen WhatsApp-Gruppen. In einigen Jahren bin ich ausgetreten, weil mir das zu radikal da drin war. Da sind, keine Frage, ich denke schon, dass da auch der rechte Rand reindrückt, weißt du? Das denke ich selber schon, dass die versuchen, dieses Sprungbrett zu nehmen. Aber im Großen und Ganzen in den Gruppen, wo ich jetzt noch drinne bin, ist das so gesittet und da ist nicht nur der Landwirt drinne. Da sind sämtliche Dachdeckerbetriebe, die es hier gibt in der Region. Es sind alle Spediteure, es sind alle Lohnunternehmer, es sind alle Fleischer, es sind die Bäcker, es ist alles, was irgendwie arbeitet heutzutage noch. Das ist auch der Unterschied zu den Klimaklimmern, muss ich mal so loswerden, wem wir jetzt einen Shitstorm holen. Also, da sitzt der Unterschied, da sind alle Branchen, die wirklich was tun für dieses Land, die sind da mit drinne und das sind alles andere als rechtsradikale Menschen. Das ist das, was sie gerne rüberhelfen wollen, ist aber nicht so, weißt du? Aber das, ich weiß gar nicht, da gab es doch letztes Jahr, vorletztes Jahr gab es doch schon mal irgendwelche Proteste, nicht von Landwirten oder so. Und da wurde das auch doch gleich verrechts wieder von den Medien. So, weißt du? Ja, es sind aber nicht nur die Medien, das kannst du abessen, das sind doch genug Leute, die einfach nur Pisse in der Birne haben, sagt man so hier in Brandenburg, weißt du? Aber was mir halt auch auffällt, egal, ob du jetzt über Demonstrationen liest, davon ist ja nun mal Social Media aktuell voll in unseren DMs und auch so dies und das und jenes, aber auch so völlig normale, banale Dinge, wenn du so in den Reels reinguckst, wie viel Unverständnis und Hass da unterwegs ist. Ja, tatsächlich sind da manchmal kleine Kinder, die spielen wie kleine Kinder und wo du denkst, oh, das ist aber auch süß, da finden Leute noch wieder irgendeinen Hate drunter. Also die finden Gründe, da irgendeinen Mist drunter zu schreiben, wo du denkst, wo ist denn das Problem, lass doch die kleinen Kinder da jetzt spielen. Meinetwegen, kleine Kinder spielen Polizist und Verbrecher, so. So, verstehst du? Das haben wir alle gespielt. So, ist aber wieder ein Grund, da drunter Hate unterzuschreiben. Das ist doch Wahnsinn, wo wir geendet sind inzwischen. Mein Handy ist mein Handy, das hat man gehört. Vor allem ist es auch gerade lustig, dass alle mehr über die Landwirtschaft Ahnung haben und das sieht man wirklich krass aktuell. Die haben alle irgendwo mal eine Studie gelesen, die haben sich mal einen Bericht durchgelesen oder weiß ich, irgendein Schmutzblatt da, also aus denen ihrer Sicht wahrscheinlich das Formular für die Weisheit gelesen. Aber alle haben wieder mehr Ahnung über Landwirtschaft als die Landwirtschaft selbst. Das ist auch definitiv Fakt, das lese ich da jeden Tag und denke mir, ihr seid alle so dumm. Manchen schreibe ich es mittlerweile, dass sie dumm sind. Oder ob es im Biologieunterricht Kreide holen waren. Also da sind wirklich richtig dumme Menschen mit dabei. Ich kann nicht einladen in Swets, Alter, das ist meine Plattform. Ich bin da der größte Troll überhaupt. Ich habe ja vor ein paar Monaten mal gesagt, die TikTok-Kommentare sind mein Ventil. Alter, kommst du Swets, komm auf die böse Seite. Da siehst du meinen bösen Zwilling Jan-Jan. Nee, tatsächlich kein Bedarf. Ich habe einfach festgestellt, für mein Seelenwohl ist das ganz nett, wenn ich mir aus sowas einfach raushaut. Ich bin kein Mensch, der das ohne weiteres immer so kann, dieses Ganze diskutieren. Und ich bin auch der Meinung, da bringt nichts im Internet richtig zu stellen. So, man kann im Internet nichts richtig stellen. Du musst eine gute Mischung finden. Vor allem nicht in Texten so. Nein, du musst eine gute Mischung aus Trollen und richtig stellen. Manchmal passiert es halt unbewusst. Weil ich den Troll-Scheiß meinte, ist halt auch ein Fünkchen Wahrheit in dem Mist. Aber es ist schon verrückt. Es ist auch lustig zu sehen, wie schnell du Menschen aus der Fassung bringen kannst. Mit ein paar Wörtern. Und das macht mir gerade so viel Spaß, weil ich es schaffe halt, so wenig wie es geht zu schreiben. Und so viel böse Saat zu sehen, wie es geht. Ach, Alter. Ja. Das ist mein Ventil gerade für die Dummheit der Menschen. Ja, aber es ist verrückt. Verrückt, wie viel Hass unterwegs ist. Wie unzufrieden. Und ich sage dir das, also ich kündige das heute am 7.1. an. Es wird auch wieder morgen Leute geben, die aus der Reihe tanzen. Und ja, das wird auch Leute geben, wovon wir uns weitaus distanzieren. Das sage ich jetzt schon. Weil, was ich merke auch in den Insta-DMs und so, wir werden so ein bisschen da von manchen Leuten, glaube ich, auch wie so eine, wie so eine, wir müssen das jetzt machen. Also ich weiß nicht, ich finde das Wort jetzt dafür nicht. Wir müssen das jetzt machen. Wir müssen da aufklären. Wir müssen diesen Post jetzt teilen und so. Also teilweise schicken mir Leute wirklich mit Nachdruck, teile das jetzt mal. Wo ich mir denke, nee, ich teile das, wo ich Bock drauf habe. Und ich glaube, dass wir mit unseren Accounts schon genug machen für die Landwirtschaft. Aber ich muss jetzt nicht jedes Ding teilen und ich bin nicht das Sprachrohr für alle letztendlich. Weißt du? Das Ding ist auch so, muss ich dir auch sagen, so momentan traue ich mich nicht mal mehr, einen normalen Post zu machen. Da musst du dir mal vorstellen, dass unter den Landwirten selber teilweise so eine Hirnis unterwegs sind, dass du kriegst sofort Hassnachrichten. Also du postest irgendwas an Weihnachten, irgendwie ein paar Geschenke unterm Baum oder so. Keine Ahnung. Und dann kommt so, als ob das jetzt wichtig ist. Hast du nichts Wichtiges zu tun? Denn ich hoffe, du warst in Berlin. Ausrufezeichen. So, keine Ahnung, wir machen 365 Tage Aufklärungsarbeit im Jahr. So, verstehst du? Aber jetzt sollen wir mit mal für alle die Lanze hochhalten. So, habe ich das Gefühl. Und wie du sagst, wir sollen jeden Post mit einmal teilen. Aber so kommst du ja auch nicht bei Leuten an, denen du was erreichen willst, wenn du 37 Posts am Tag über irgendwelche Demonstrationen teilst. Ja. Also wie schnell bist du dann auch wieder entfollowed? Also verstehst du? Von den Leuten, die du eigentlich ein bisschen was über Landwirtschaft zeigen wolltest. Ja. Oder die Nachricht, die ich dir geschickt hatte. Wo du noch geschrieben hattest. Da hat mir einer geschrieben, warst du auch bei der Jagd an der Fähre dabei? Bei der Jagd. Da musst du dir mal reinziehen. Also, was ist los in den Böhren von manchen? Also, da gibt es von mir auch keine richtige Antwort. Die Antwort war, na klar, war der Kapitän, weißt du? Also, wie viel, Leute, da müsst ihr auch mal ein bisschen Hirnschmalz haben, ne? Also, wir sind hier nicht mit Fackeln durchs Dorf unterwegs, ne? Wir setzen uns für unsere gute Sache ein und wir setzen uns auch in Verbindung mit anderen Branchen für andere gute Sachen ein. Und da kann sich auch gerne jeder anschließen, der auch sagt, dass er die Schnauze voll hat, ne? Aber wir distanzieren uns von rechts, wir distanzieren, ich distanziere mich auch ganz weit von links, das sind genau so eine Hörnis da, weißt du? Und, ähm, wir sind hier nicht bei einer Hetzjagd. Wir sind ganz normale, gebildete Menschen, die ihr Demonstrationsrecht nutzen. Aber kommt mal alle auch ein bisschen runter, muss ich auch mal so sagen, ne? Ich weiß, das wird jetzt vielen Radikalen da auch nicht gefallen, aber das ist mir auch egal jetzt, ne? Also, das ist ein schwieriges Thema. Was ich auch krass finde, dass wir fast auf alles immer schon ein Statement machen sollen, also, wer sind wir? Der Papst von China oder was? So, weißt du, so relevant sind wir nur auch nicht, dass wir ein Statement abgeben müssen. Und auch so tatsächlich, ähm, ich hab mich ja bei YouTube so ein bisschen, ein bisschen, äh, zurückgezogen momentan, weil ich auch einfach ein bisschen Freizeit mal auch ein bisschen brauche, weil das ist schon auch belastend, zwei, drei Videos in der Woche zu machen, belastend nicht, aber es ist anstrengend. Es ist halt unheimlich anstrengend, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man halt nie frei hat irgendwie, so, ne? Und deswegen fand ich das jetzt für mich auch wichtig, dass ich auch mal ein bisschen für mich frei hab und noch mal ein bisschen Zeit für Familie verbringe, aber trotzdem kriegst du so, äh, ganz schön schwach, äh, nicht mal, nicht mal, äh, ein Statement zur aktuellen Lage abgeben, so. Ich meine, machen wir ja hier im Podcast und auch bei, bei Insta gab's das ja, aber du, und auch bei Twitch, aber du kannst ja, im Prinzip musst du ja nicht auf allen Plattformen, finde ich, so überpräsent sein, so. Klar ist das momentan wichtig, aber wer über Landwirtschaft richtig aufgeklärt ist, der kann ja jetzt da alleine seine Schlüsse ziehen. Verstehst du? Und wenn, wenn einige der Meinung sind, ja, sie können ja auch der Meinung sein, ja, wir brauchen diese Agrardieselbeihilfe nicht, ähm, kleine Betriebe sollen wegsterben, es sollen nur noch Großinvestoren verwalten, dann ist das ja denen ihre Meinung. Und, äh, da muss man die ja genauso akzeptieren, verstehst du? Ob wir dann, ob wir die nun teilen oder nicht, aber Leute haben verschiedene Meinungen und dann muss man dem auch, das muss man auch verstehen, und dann muss man auch als Landwirt, glaube ich, verstehen, dass Leute auch andere Meinungen haben. Und, und manchmal ist es so, Landwirte sind auch so mit dem Kopf durch die Wand und die haben ihre Meinung und dann muss das auch so sein und dann müssen alle das so sehen. Jetzt, jetzt nicht über die aktuelle Demonstration so gemeint oder generell, aber generell ist das so ein Thema auch manchmal bei den Landwirten. Da sind die so verbohrt und so steif und das fühle ich dann auch nicht. Guck mal, bei uns beiden ist es doch genauso. Wir sollen jetzt immer dieselbe Meinung haben wie die, wie die Leute, die uns denn gerade schreiben. Weißt du doch? Hm. So, und das verstehe ich da manchmal auch nicht genau. Also, du weißt genau, das richtet sich so ein bisschen an die, an die, wo wir gar nichts mehr dürfen. Hm. Ja, das ist so. Ich habe gestern aber, ich habe ein bisschen für mein Video recherchiert, aber die Zahlen kann ich dir noch teilen, bevor wir aufgehen. Ich hoffe, die, genau, pass mal auf. Ganz interessant, die Industrie bekommt ja eine Stromsteuervergünstigung. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Hm. Das heißt, wenn du ein energieintensives Unternehmen bist, kannst du da einen Antrag stellen und kriegst die Stromsteuer vergünstigt. Hm. Das ist das niedrigste Niveau überhaupt, die Stromsteuer für die Industrie, damit die nicht so hohe Kosten haben und das bis 2028 so. Und tatsächlich zahlen die nur noch 0,05 Cent je Kilowattstunde und der Staat verzichtet da auf, warte mal, bis zu 12 Milliarden pro Jahr. Und aktuell sind es 4,12 Milliarden aus 2022, auf die der Staat verzichtet hat. Wenn man uns Landwirte dagegen sieht, sind wir ungefähr bei 400 bis 500 Millionen, die die Dieselvergütung ungefähr, also auf die der Staat ungefähr verzichtet. Aktuell in den Medien wird ja eine Milliarde gesprochen, aber die Zahlen findet man nicht so richtig. Also ich habe da mal geguckt, diese eine Milliarde findet man nicht. Nicht wirklich. 900.000 irgendwie war, glaube ich, im Raum. Ja, genau. Also ich habe über die letzten Jahre immer nur irgendwas zwischen 400 und 500 Millionen gefunden. So, und die Landwirtschaft ist aber einer der größten Branchen in Deutschland. Tatsächlich mit vornachgelagertem Bereich immer noch. Und was mich halt so manchmal ein bisschen nervt, so in den Medien und überall wird es immer so dargestellt, dass immer nur die Landwirte kriegen. Aber letztendlich kriegen ja, also es gibt ja keine Branche, die irgendwie nicht mit einer Förderung tangiert. Also irgendjemand kriegt immer irgendwie eine Förderung. Ja, viele reiten ja immer noch auf dem Thema rum wegen Klimaschutz und wir werden ja hier mit toxischen Subventionen, sollen hier gefördert werden. So oft, ich kläre da auch nicht mehr auf, dass das keine Subventionen sind. Das ist in großen Zeitungsartikeln, ist das schon falsch geschrieben. Wenn die das nicht kapieren, dann kapiert das eh keiner da. Oder selbst, ich glaube Lindner war gestern FDP, hat da irgendwie irgendein, ich weiß nicht, was das war. Die ganzen Hörnys haben da gequatscht irgendwie. Und auch er hat Subventionen genannt und genau da aufgehört, also drüber nachzudenken. Weil wenn selbst der nicht weiß, dass das eine Steuervergünstigung ist oder eine Rückzahlung und nicht eine Subvention, dann ist das schwierig. Also das ist, ja. Das ist auch so ein bisschen, muss man sagen, gerade Salamitaktik nennen wir das. Das ist, uns wurde ja Zugeständnis gemacht, dass die Steuerbefreiung bleiben soll. Gleichzeitig sagen sie, der Diesel wird abgeschafft, aber, deswegen nennen wir das Salamitaktik, dass das so Schritt für Schritt abgeschafft wird. Und das ist, weil viele ja jetzt auch in Social Media und so sagen, jetzt sind wir mit gar nichts zufrieden. Nee, sind wir auch nicht, weil letztendlich guckst du dazu, wie es trotzdem abgeschafft wird. Auch wenn es jetzt Schritt für Schritt und die sagen, die Unternehmen können sich darauf vorbereiten. Alter, wir bereiten uns jedes Jahr auf irgendwas vor. Wir sind die Einzigen, die Klimaziele geschafft haben. Wir haben jedes Jahr irgendwelche neuen, um überhaupt irgendwelche Beihilfen zu bekommen, Sachen, die wir einhalten müssen, die wieder Geld kosten, weißt du. Wir müssen Pflanzenschutzmittel kaufen, die weitaus teurer sind als für andere Länder. Andere Länder haben diese Dieselbeihilfe genauso. Genauso haben die noch weniger Steuern sogar auf ihren eigenen Kraftstoff, weißt du, von Haus aus erst mal. Ich habe gesehen irgendwie, ich weiß nicht mehr welches Land, die sind da bei sieben Cent oder so. Oder überleg mal so, wie Frankreich die Heizöl tanken können. Was das für einen preislichen Unterschied aufs Jahr macht, weißt du. Und bei uns ist das so ein bisschen, da wird immer so ein Stück dann in den Raum geworfen und damit musst du leben irgendwie, weißt du. Und dann heißt es wieder, wir Landwirte heulen rum. Nee, heulen wir nicht. Wir wollen einfach nur wettbewerbsfähig bleiben, aus Ende. Wir heulen nicht rum dafür, dass wir wie bei der Bahnfahrer irgendwie nur noch 30 Stunden arbeiten müssen. Juckt mich nicht, ich will keine 30 Stunden arbeiten, weil das, weil jeder auf dem Traktor mache, macht mir Spaß, weißt du. Aber ich glaube, was einige auch nicht verstehen, dass diese Dieselsache einfach nur das Fass gerade zum Überlaufen bringt. Richtig, letztendlich. Weil es alles nicht mehr fair ist. Und darum geht es, glaube ich, hauptsächlich. Aber manchmal ist es schade, dass es dann nicht richtig kommuniziert wird. Verstehst du? Das ist so wie 2019, als wir auf die Straße gingen mit der Düngeverordnung und dies und das und jenes. Der Hauptgrund war ja, dass es nicht fair ist und nicht gut geregelt war und schlecht geregelt war. Aber trotzdem kam in den Medien rüber, die Landwirte wollen mehr Düngen und mehr Pflanzenschutz fahren. So, verstehst du? Und das ist immer ein bisschen schade, da das nicht immer richtig ankommt, der richtige Beweggrund. Aber das Ding ist, welche, die hier ihre Festgefahrenen, also ich sage mal, wenn mir einer da gute Fakten liefert und mir das sagt, dann nehme ich mir das auch an und sage, okay, hast du halt scheiße gequatscht. Das Problem ist bei vielen Menschen und erst recht so in diese linksgrüne Szene, kannst du erzählen, was du willst, die werden es trotzdem nicht glauben. Die werden es nicht glauben. Nee, das ist so, die kriegst du nicht mehr erreicht, Johnny. Ja, aber das ist auch lustigerweise so, die fühlen sich, als wären sie 100 Prozent der Bevölkerung, dabei sind es vielleicht 19 Prozent, die vielleicht so eine Meinung haben, wie die Holzköpfe da drüben, weißt du? Und fühlen, spielen sich aber auf, als wären es die 100 Prozent, ne? Das ist immer witzig, wenn man so ein bisschen so, du bist so auf der einen Plattform, die doch eher linksgrün ist, dann gehst du auf eine andere Plattform, die recht neutral ist und da stoßen Welten zusammen, ne? Der Meinungen, was du auf einmal liest, so. Aber, hm. Hm. Es ist aber momentan ein schwieriges Thema alles, sehr angespannt, schwierig. Ja, und das Problem ist, das wird ab morgen noch angespannter werden, glaube ich. Also, das ist, das Verständnis der Bevölkerung ist da, definitiv, das können die auch schlecht reden, wie sie wollen, das ist definitiv da, das hat man auch in Berlin gesehen. Aber ich denke, da wird es auch wieder leider Gottes medial wieder irgendwas geben, wo halt welche aus der Reihe tanzen. Und Leute, macht keinen Quatsch, da wird alles... Macht wirklich, das wird alles uns, also, das wird, wir wollen das friedlich, wir haben eine angemeldete Fahrt, wir bleiben auch nirgendwo stehen, also, wir bleiben schon stehen irgendwo in Potsdam, aber das wird von alleine dann kommen, ne? Also, alles angemeldet, alles vernünftig, alles gesittet, wir, äh, ja, wir machen einfach nichts Illegales und wir lassen uns auch nicht von irgendwas, also, den Appell gebe ich euch, lasst euch nicht von irgendwelchen Hetzern und von irgendwelchen Idioten von Karren spannen und auch aus der Reserve locken, ne? Also, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Macht euer Ding, seid freundlich, gleichzeitig macht das, also, muss ich auch dazu sagen, zur Polizei auch nur das Nötigste, wenn das angemeldet ist, wenn das alles rechtens ist, dann dürft ihr das machen, was ihr da macht, ne? Ähm, redet nicht zu viel und macht das einfach ordentlich, ne? Boah, hast du, hast du das Video gesehen von, 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 von dem, der sich so ein bisschen der Festnahme widersetzt hat mit dem Tracker? Ja, mit dem Pfefferspray, ja. Ja, den haben sie mit Pfefferspray da rausgeholt, ne? Mhm. Der hat aber ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben. Naja, aber ich habe im Nachgang viele Sachen erfahren, zum einen, es war eine angemeldete Fahrt, die auch genehmigt war und die Polizei hat es dicht gemacht, was eigentlich nicht erlaubt ist von der Polizei aus. Die durften da durchfahren und Richtung Hecke, ja, die sind ja über diese Hecke links rüber gefahren, ne? Ja, aber in dem Video, was ich meine, ist einer alleine gefahren. Ja, der ist alleine an der Polizei vorbeigefahren, über eine Hecke rüber und den haben sie dann mit Pfefferspray rausgeholt. Dahinter standen ganz viele andere Traktoren noch. Ah. Ganz, ganz viele. Und der ist über die Hecke rüber gefahren, das, was ich mitbekommen habe, ist, die haben sich vorher geeinigt, weil die Polizei ja nicht zur Seite wollte, zur angemeldeten Fahrt und die haben sich geeinigt, die Hecke zu bezahlen. Die haben alle schon zusammengelegt gehabt, haben gesagt, okay, dann fahr da rüber, mach einen Anfang und dann, ja. Dann ist das ein bisschen eskaliert, muss man sagen, da. Aber im Großen und Ganzen liegt da für mich der Fehler bei der Polizei, in diesem Fall. Ansonsten arbeitet die Polizei zu 100 Prozent gut mit uns zusammen und auch, ich bin in Kontakt mit jemandem, ich sage nicht von wo, aber die haben wir im Urlaub kennengelernt, diese Polizistenpärchen. Und auch der hat mir, wir haben lange privat geschrieben und auch er sagt, es ist alles gut, bleibt alle, macht alles das, was rechtens ist und wir mischen uns kein bisschen ein. Und die probieren sich natürlich auch an alles zu halten. Die haben ihre Vorschriften und er sagt auch, wir können nicht bei allen die Augen zumachen, letztendlich, was ja auch vollkommen richtig ist. Wir sind hier in dem Rechtsstaat und das darf auch nicht hier in irgendwelche, in irgendwelche Mobs ausarten. Aber er sagt, im Großen und Ganzen ist die Polizei da hinter uns und wir sollen einfach nur fair bleiben. Und dann bleiben die auch fair. Das heißt aber, wenn du deine Waffe ziehst, ziehen die auch. Ja, natürlich. Was ja auch ihr gutes Recht ist, ne? So, Leute, dann, glaube ich, lassen wir das Thema, das zieht sich immer ganz schön. Wir werden es nächste Woche wieder haben. Bleib, lass Habeck vom Fahrrad absteigen und dann wird das schon. So, wie war eigentlich, wie war Silvester bei dir, Janni? Äh, ruhig. Hat ein Hotpot. Hier dieses, was sie erzählt hat, in der Mitte braten, dann läuft dieser Fleischsaft. Oh, dieser leckere Fleischsaft, ne? Der lief dann da rein in die Brühe und dann gab es da Nudeln und Gemüse und war schon ziemlich nice, Alter. Das war so geil, dass wir so viel Fleisch und Gemüse gekauft haben, dass wir uns am ersten, ersten Abends nochmal getroffen haben mit Basti und seiner Freundin. Und es gab nochmal Hotpot. War geil. Kann ich nur empfehlen. Musstest du dann auch auf den Hotpot? Oh, ne, es ging. Dadurch, also es war im Nachgang auch eigentlich gut gesund, was wir da gegessen haben. Es war eine normale Brühe, die wir da hatten. Wir hatten Pilze, wir hatten vernünftige, frische Nudeln. Wir hatten Fleisch, was wir nicht noch in Öl oder so, weil das ist ja so beschichtet auf dieser Pfanne, dass das alles ohne Öl funktioniert hat auch, ne? Und war auch nicht verbrannt oder, also ich glaube, dass das ein richtig gesundes Essen war sogar. Und du, was gab es bei dir? Was haben wir denn nur eigentlich gemacht? Ach, wir haben Pizza mit den Kindern selber gemacht. Pizza. Aber so richtig mit Teig selber machen und gehen lassen und der ist auch gegangen mehrmals um Block und zurück und so. Kannst du sagen, wo ist er hin? Nach Hamburg kurz? Nö, nö, nö. Bisschen hier um das Haus rum. Also wir hatten eigentlich, wir sind auch kurz noch nach Polen rüber hin. Ja, bisschen spazieren. Achso, der Teig. Ne, wir, wir. Ohne den Teig. Achso. Der Teig musste hier bleiben. Du verwirrst. Wir haben es ja nicht weit, eine Stunde. Dann waren wir in Swinemünde am Strand spazieren. Im Neujahr dann, oder? Nö, an Silvester. Ah, okay. Also wir sind morgens mit den Kindern hingefahren. Was heißt morgens? Wir sind, glaube ich, um 12 Uhr, 13 Uhr los. Waren denn 14 Uhr da? Waren denn da am Mittagessen? Da kannst du so geil essen, Alter. Vor allen Dingen auch noch zu relativ guten Preisen. Da gibt es Strandpromenade. Also viele, glaube ich, stellen sich Polen auch immer noch falsch vor, wie die da noch nie waren. Also das sieht ja auch alles da aus wie bei uns. Also Strandpromenade, richtig, richtig schön da. Und da waren wir richtig italienisch, richtig gut essen. Faire Preise, muss man ehrlich noch sagen. Wir waren ja vier Erwachsene, drei Kinder, Vorspeise, Nachspeise, 100 Euro. Mit Getränken. Erste Reihe Strandpromenade. Fahren die Polen nach Deutschland, um Knaller zu holen, weil die Deutschen nach Polen fahren? Ne, 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 ne. Da stehen auch ein paar, da kannst du noch ein bisschen was kaufen. Will man nicht, oder? Weiß ich nicht, ob man nicht will, aber einige machen das. Also du kannst es ja da kaufen und da zünden. Also das ist ja rechtlich erlaubt. Und einige machen das auch. Die kaufen sich da spontan eine Batterie, gehen zum Strand, ziehen die hoch. Mich würde mal interessieren noch, ob das nur auf dem Polenmarkt diese wirklichen Kanonschläge gibt. Nee, die stehen da überall, die stehen da überall. Ja, aber kaufen, also wir sagen ja immer Finger weg von polnischen Böllern. Was ja auch bei vielen Sachen zu Recht ist, aber die Polen selber, kaufen die das oder haben die auch nochmal Ware in Supermarkt, die dann eher doch mal geprüft ist? Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, kommt drauf an, wie zwielichtig du einkaufst. Aber das, was du, was du, diese ganz normalen, äh, großes Boom, glaube ich, kannst, kannst du, gibst auch da zu kaufen. Diese Standardknaller, die richtig laut sind. Ja, aber ganz normales, großes Boom, wenn du es nach Deutschland bringst, ist ja schon wieder illegal. Nee, das ist illegal, aber es gibt ja in Polen, für Polen zugelassene Produkte. Okay. Die das alles erfüllen. Die haben aber ein bisschen... Sind Polen schneller irgendwie weg von der, von der, von der Böller, damit das da nicht, oder warum kaufen die das und wir nicht? Nee, also die, die böllern auch ganz normal, die nimm so ein Ding in der Hand und werfen das Ding weg. Und auch an der Batterie gehen die nur schrittweise weg da. Also, ja, hast du dir was geholt? Habt ihr gefeuert? Ich hab nichts in Polen geholt, ich hab ja hier vom Baumarkt geholt gehabt, hab ich dir erzählt. Ja, ja, und war gut? Ja, war richtig gut, aber ich hab gedacht, ich wäre der Nachbar, aber am Arsch, ich war der Nachbar gar nicht. Neben uns Jungen haben die ein Feuerwerk abgezogen. Ah, bestimmt 10 Minuten. Wenn dat mal nicht, wenn dat mal nicht 2.000, 3.000 Euro waren. Mehr, mehr. Ich weiß von einem Bekannten, der da richtig Bock hat, also von, bekannt ist auch wieder falsch, von einem Bruder von Nadine, einem Bekannten. Nehmen wir das einfach mal so, da waren die auch dieses Jahr. Und der hat keine Familie, der hat keine Freunde, hätte ich fast gesagt, Freunde nicht, aber keine Kinder, nichts und so. Und der spart ein ganzes Jahr darauf hin und das ist fast ein fünfstelliger Betrag, ne? Oh, das ist, damit, ich meine, ich weiß, dass einige diese Sympathien hegen so, aber dat, dat... Randy, Randy, schöne Grüße an Randy, bei Randy muss ich mich noch melden. Da tut mir dat Geld super weh. Randy hat richtig Bock. Ich hab nen Podcast noch nicht durchgehört bei denen, aber der hat auch 500 Euro investiert, ne? In Knallzeug, weil er sagt, das findet er geil. Und ich kann dat auch verstehen, ich find dat auch gut, wenn jemand dat feiert. Hat Randy dann auch mal Bock, nach Tschechien rüberzufahren, zu Toni? Große Blume? Ich weiß nicht. Große Blume? Ich hab auch schon... Also das, was er da hatte, war deutsch, das Baumarkt, eigentlich Baumarkt, Supermarktzeug. Ich hab auch schon zu Lisa gesagt, man könnte ja auch einfach mal sich ein Haus in Polen oder Tschechien mieten. Und kaufst du da dat ein und dann... Aber nicht Böller, also ich bin ja der Batteriefreund. Ja, ich auch. Also ein Böller würde... Ich will keinen Polen Böller zünden. Habe ich nicht mal in der Jugend, würde ich auch jetzt als Erwachsener nicht machen. Doch, hab ich gemacht. Hingestellt und angezündet und weggelaufen. Nee, nee, also ich hab von den Dingern immer schon, auch wenn ich nicht oft guten Menschenverstand hatte, aber da bei so einer Sache hab ich die Finger vorgelassen. Aber das darf man natürlich nicht, Leute, das darf man natürlich nicht in Deutschland. War in der Videopodcast, um dein Gesicht gleichzeitig zu sehen. Aber hast du diese... Gibt's doch diese Videos jetzt immer von Toni, diesen Asiaten. Kennst du das? Ja, ja, TikTok gesehen. TikTok gesehen, aber das ist auch... Aber was der da hat, Junge. Ja. Diese Riesenbatterien. Aber da denkst du dir auch, Alter, die Bude darf wohl nicht hochfliegen, ne? Da siehst du wie bei so einem atomaren Pilz so eine Rauchwolke, wenn das Ding hochgeht, Alter. Dann weißt du ja wohl. Vor allem, er hat gesagt, er verkauft inzwischen zwei Container im Monat, seitdem er bei YouTube so populär geworden ist. Und ich glaube, jetzt durch TikTok noch krasser. Ja. Ich glaube, dass da Leute hinfahren. Mann, also ich wollte jetzt mal, in der Corona-Zeit war ja hier auch ein Jahr verboten, ne? Mhm. Und ich bin mit meinen Kumpels, ich selber hab mir, glaube ich, eine Rakete geholt oder so, das war's. Sind wir nach Polen gefahren, aber zu einem deutschen Händler. Das heißt, er hat sein deutsches Zeug verkauft, aber das war da richtig mit Schlange gewesen, ne? Und ich glaube, dass das bei dem in Tschechien da, bei dem Toni da auch richtig, richtig mit anstehen ist, ne? Da gehst du nicht einfach hin und sagst, ich geh mal kurz da rein, ne? Ich glaube, jetzt vor Silvester wahrscheinlich schon. Ja. Aber jetzt vor Silvester ist ja blöd, weil man darf das ja nicht über die Grenze holen. Aber das machen ja einige. So, verstehst du? Und gerade, gerade jetzt zu der Zeit, also du lachst immer so, als wäre ich derjenige, der etwas über die Grenze bricht. Ne. Aber, aber glaube ich, jetzt zu der Zeit brauchst du dir das nicht einfallen lassen. Ja, das Ding ist, eigentlich wäre doch, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch im Sommer verkauft. Ja, das ganze Jahr. Und die haben auch, ich habe mir auch ein paar YouTube-Kommentare dazu durchgelesen. Also ich habe dann auf YouTube diesen Pyrotypen gesucht und habe mir die Kommentare durchgelesen. Die haben dann tatsächlich geschrieben, ja, fährst im Sommer und dann musst du Feldwege fahren über die Grenze und so. Und dann kontrolliert dich, ja, also so, 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 was findest du? Und einer, einer hat da drunter geschrieben, dank Toni muss ich 2000 Euro Strafe beim Zollzahlen zahlen. Ja. Ja, was willst du machen, ne? Ja, nicht über die Grenze holen. Das Auto ist natürlich noch besser, also ich sage mal, ich glaube, das Auto mit vier Jugendlichen und da qualmt da draus, weil alle puffen und so, ist jetzt das falsche Auto, um so was rüber zu bringen. Das fahrt die mal mit Mutti oder so, keine Ahnung, weißt du? Ich weiß, ich weiß, ein Kumpel hat immer seine Oma raufgesetzt, der hatte so eine Sitzbank unter dem Auto und da musste Omi drauf, der ist immer mit Omi über die Grenze gefahren. Zigaretten, Omi wollte, glaube ich, mal Zigaretten haben. Und der hatte ich, Omi musste das denn immer in Kauf nehmen wohl. Meine Eltern haben sie auch früher mal gekriegt, das war auch in Tschechien. Und das Lustige war, meine Eltern rauchen nicht polnische oder tschechische, weil die immer F6 geraucht haben. Die gab es, ich weiß nicht, ob es die irgendwann gab oder gibt jetzt. Die gab es früher nicht auf den Märkten, haben aber für meinen Opa immer mitgebracht. Der hat Malboro geraucht. Und dann haben die auch mal richtig hunderte Euro Strafe gezahlt, weil die sich gar nicht damit befasst hatten. Die hatten gar nicht überlegt, man darf nur so und so viel mitbringen. Da haben dann einfach, glaube ich, zwei, drei Strangen zu viel. Das hat die hunderte Euro gekostet damals, das weiß ich noch. Das war richtig teuer. Wir sind ja, genau, wir waren ja jetzt zu Silvester und davor waren wir noch bei Ikea, auch in Polen. Also die Grenze war schon sehr präsent. Das war schon so, dass das so eingeengt war, dass du sozusagen nur noch einspurig über die Grenze fahren konntest, beim Deutschen Zoll. Und dann musstest du auch tatsächlich da in 10 kmh Schrittgeschwindigkeit an den Beamten vorbeifahren. Haben sie dich durchgewunken? Ja, ja. Also uns ja. Und das ohne Führerschein war. Ja, Lisa, A ist Lisa gefahren und zweitens sind wir mit dem Familienauto gefahren. Das ist, glaube ich, wenn die Leute immer sehen, A Familie ist drin. Und drittens hatte ich da den Lappen noch, du Lappen. Du könntest die Schleuserbande sein, Alter, und dir da die goldene Nase verdienen. Und du müsstest mit Toni Hand in Hand arbeiten. Und es wäre jetzt eine Option, so Kinderverleih, damit du nicht angehalten wirst. Leute, seht das bitte als Comedy gerade. Ja, nee, das ist so richtig, dass du dir den aussuchen kannst. Dann stehen da, du hast so ein paar Transporter und da stehen dann einige Omas und so. Und dann sagst du, ach, die Oma nehme ich mit, die sieht vertrauenswürdig aus. Und dann fährt die da auf dem Koffer, wo du drunter dein Zeug drin hast, weißt du? Ich freue mich über die monatliche Beteiligung unserer Zuhörer, wenn die damit anfangen. Ja, ich bekomme ein Affiliate-Link von Toni. Wir sind hinten, die dann im Verdeckten einfach nur ein-cashen, weißt du? Die Drahtzieher? Die sich nicht mehr die Finger schmutzig machen, genau, die Drahtzieher. Die halten nur noch die Hand auf, weißt du? Das kommt dann einmal im Monat nur so ein dickes Päckchen dann vorbei. So richtig, nur Grüne, so richtig, einfach ein Paket mit voller Grüne. Das wird schmecken. Dann wird es auch los, dir den großen Schwibbogen holen, oder? Das ist ja Kapitalanlage, Janni. Ich sag mal, also der war auch schon nicht günstig, aber der war gut, der war gut. Bin verliebt. Wie groß ist denn der Schwibbogen? Das zeige ich euch ja bei mir auf dem Insta-Kanal in der Story. Der ist jetzt, weiß ich nicht, so mal so, weiß ich nicht, 50 in der Breite vielleicht? 40, 50? 40, 50, 50, ja. Und in der Höhe dann, dass es passt vom Aussehen her. Und der hat 300 Euro gekostet. Ich habe noch einen Rabatt bekommen, 10 Prozent wegen der Verkauftung. Ist das teuer, Alter. Es ist wirklich super teuer. Aber handgeschnitzt, ach, der ist schön. Und dieses Licht ist so ein warmes LED-Bandlicht, weißt du? Ach, das ist so meins. Hätte ich auch nicht gedacht. Früher war mir das scheißegal, dass ich da als Kind langgelaufen bin, weißt du? Oder Jugendlicher. Apropos meins. Siehst du übrigens im Hintergrund, wer da jetzt steht. Ja. Ich habe mir einen Ständer für meinen Play-Button gedruckt, Leute, für YouTube. Ah, du mit deinem 3D-Drucker, Alter. Da hast du richtig Bock, ne? Da hast du richtig Bock, Alter. Das ist richtig liebes. Das ist dein Schwibbogen, sozusagen. Ja, der 3D-Drucker ist mein Schwibbogen, Alter. Das weißt du ja wohl. Ich habe jetzt auch die ganze Woche, habe ich unsere Bude, na, das Entrümpelt hört sich immer so blöd an. Das hört sich an, als wenn man Messi ist. Aber überall hat man immer Dinge, die man wegschmeißen kann, die man einfach irgendwo ins Regal gepackt hat. Da habe ich jetzt die ganze Woche, na, was heißt die ganze Woche? Boah, ich habe zweimal einen Tag, aber komplett durchgezogen dann auch, ne? Habe ich erst oben unsere Küche gemacht. Oder habe ich denn noch irgendein Zimmer? Zwei, drei Zimmer hatte ich noch. Da sollte man sich auch manchmal wundern, was man da zusammensucht. Einfach so eine abgelaufene Tütensuppe oder so hat man ja auch manchmal. So, dann haben wir jetzt wieder Platz im Schrank und dann habe ich mir übelst die geilen kleinen Fächer gedruckt, wo zum Beispiel, kennst du hier diese Backpulvertüten so? Und habe ich ein Fach, wo genau diese Backpulvertüten auch von der Länge so reinpassen, wie ich das ausgemessen habe, auch von der Breite. Also Vanillin. Ja, genau diese. Und dann habe ich mir einen für diese Puddingpulver und so gedruckt, der dann auch entsprechend breiter ist. Und so geht es weiter, Janni. Kostet so eine Rolle eigentlich viel von dem Kunststoff? Oder Plaster? Mal, kommt drauf an, was du einkaufst. Sagen wir mal, ein Kilo kostet zwischen 15 und 25 Euro. Okay. Also schon recht viel. Was hast du jetzt an Geld durchgedruckt? So Pi mal Daumen. Och, ich glaube vier Kilo. Okay. Vier Kilo. Aber ich habe ja dir dieses Riesengänger geschickt von Lisa. Mhm, genau. Ja, das sind allein 500 Gramm. Aber das sieht geil aus. Das sieht gut aus. Ja, das sieht wirklich... Ja, ich bin begeistert. Hast du eigentlich an das T-Shirt gedacht? Fällt mir gerade ein. Du hast nur eins. Ja, das liegt im Umschlag drin. Ah, okay. Und dein Kabel für deinen Router, glaube ich, ist es. Hast du noch eins? Ja, ich glaube... Ich habe noch zwei Kabel von dir. Die habe ich mir zur Seite gelegt. Ein rotes und ein... Ich schicke dir Fotos. Die habe ich mir zur Seite gelegt. Das sind deine Kabel. Wir haben auf der Architechnica ganz schön getauscht, glaube ich. Ich habe ein USB-C-Kabel von dir. Das habe ich auch in der Benutzung inzwischen. Ja, ist okay. Aber von dem Router ist es dieses Gelötete. Mit dem Schrubfband. Ja. Ach, Alter. Und genau das... Jetzt ist das Kabel, was ich brauche, um den Router auf Powerbank laufen zu lassen. Ja, aber das musst du doch schon da haben. In welches Wagen? Nee. Im Briefumschlag, den ich dir jetzt geschickt habe. Weiß ich nicht. Muss ich auf Arbeit gucken. Ja, da sind deine Bögen drinne für die Textildrucke. Wann hast du das losgeschickt? Na, habe ich dir doch geschickt gehabt. Wann war das? Mittwoch? Vor zwei Tagen, ja. Irgendwie. Erst. Mittwoch? Ja. Ja, locker angekommen. Donnerstag, Freitag, Sonntag. Ich bin ja nachher auf Arbeit nochmal mit Jens. Jens hat sich richtig Mühe gegeben. Schöne Grüße an meinen Jens. Die Hupe läuft, Hannes. Die Hupe läuft. Habe ich dir das Video geschickt? Nee, hast nicht. Doch, wo der so durchfährt, der kleine Demofahrzeug? Nee, nee, die Hupe bei mir auf dem Hof, Alter. Weißt du? Die Melodie-Hupe. Die habe ich dir, glaube ich, geschickt, oder? Jetzt gucke ich mal hier in unseren Verlauf rein. Ja, habe ich dir geschickt. Hast du dir wieder nicht angeguckt? Nee, weil ich gedacht habe, du fährst da einfach mit dem Träger mit dem Schild vorne dran. Nee, da musst du hören. Da musst du hören. Und wir hatten, das habe ich in dem YouTube-Video sogar noch gesagt, wir hatten erst uns einen Dreipunkt genommen und dann haben wir das allzu zusammengebaut für den Planer und für die Palette dran. Und dann wollten wir das vorne einhängen. Hat es nicht gepasst, Alter. Zu breit der Dreipunkt, weißt du, vorne. Dann haben wir das hinten rangehangen und dann bin ich ins Erzgebirge gefahren und habe gesagt, Jens, machen wir dann die Tage weiter. Und dann kriege ich aus dem Erzgebirge, also im Erzgebirge das Foto, hat da die ganze Halterung komplett umgebaut nach vorne. Da hat er richtig Bock gehabt. Da hat die Hupe angebaut. Die Hupe hatten wir einen Tag davor noch zusammen, denn bei der Brandenburger Landtechnik haben die uns das alle zusammengefriebelt und gelötet und gemacht und getan. Das ist doch ein bisschen mehr als Plug and Play, weißt du? Und funktioniert aber gut. Ich habe jetzt wie von einer Tischlampe so einen An- und Ausschalter für die Hupe im Traktor. Ist geil. Und Jens meinte, die macht richtig Ballett. Du bist jetzt schon richtig heiß, mal auf die Hupe zu drücken? Ich will mal richtig Hupen drücken, Alter. Es ist ja nicht nur eine, es sind ja, glaube ich, fünf oder so da dran, um die Melodie zu machen, sechs oder so sogar, glaube ich. Ja, aber an sich, was ich auch noch sagen wollte, ich habe an sich gar keinen Bock auf die Demos, weil oftmals oder auch wenn ich so ein bisschen rumtrolle, dann schreibe ich, ich habe richtig Lust munter auf die Demo, jetzt mal so unter uns. Eigentlich würde ich mich freuen, wenn das alles hier laufen würde und wir da nicht hinfahren müssen. Eigentlich habe ich gar nicht die Lust, weil das jetzt auch, und ich glaube, das sehen noch viele Landwirte so, die fahren da nicht mit Lust mit, sondern die denken sich, ah, erst recht so die Ackerbauern, eigentlich ist das unsere Freizeit gerade, oder? Das muss man jetzt machen, ja. Das wollte ich vorhin noch sagen, Leute, ich habe da keinen Bock drauf, letztendlich. Klar, wenn man denn dabei ist und man trifft seine, ich weiß, ich habe jetzt die Tage schon mit meinen ganzen Nachbarbetrieben telefoniert, alles anständige Leute, alles gute Leute und freue mich auch, die mal zu sehen und so, aber im Großen und Ganzen würde ich mich freuen, zu Hause zu sitzen, Zeit mit der Familie zu bringen, ein bisschen zu streamen und ein bisschen zu kochen, weißt du? So, das ist so das Ding, wo ich mehr Bock drauf hätte gerade. Nur weil, das viele, also es gibt locker, auch erst recht, wenn man ein bisschen jünger ist, kann ich das auch verstehen, Jungs und Mädels, wenn ihr da richtig Bock drauf habt, wäre ich wahrscheinlich mit 18, 19, 20 genauso gewesen, aber so in meinem Alter jetzt und auch mit der Position der Kinder und der Familie, ich habe da keinen Bock drauf. Muss ich mal loswerden, noch. Man wird ruhiger, Jani, man wird ruhiger. Ja, das ist wirklich so, man hat sich die Hörner abgestoßen. Ich kann das aber komplett verstehen, wenn ihr da richtig Bock drauf habt, ne? So, wie gesagt, ohne Familie hätte ich da wahrscheinlich auch Bock, ohne Familienverpflichtung, letztendlich. Ja, aber ich sehe das wie du. Das ist Pflichttermin, aber man hätte eigentlich lieber was anderes gemacht. Ja, 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 ja. Ja, da gibt man eine Pflicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der auch nach Berlin der nächste Mal kommt, am 15. Musst du ihn mal wieder schreiben. Weißt du gar nicht, was mit seiner Karriere ist? Ich glaube, der ist ziemlich ruhig geworden. Da muss man ihn dann Push bekommen. Bei Insta? Ja. Ich glaube, er hat sich jetzt auch zurückgezogen. Erstmal macht er auch frei. Erstmal Winterpause? Machen wir jetzt auch mal das Feierabend, Hannes. 8.32 Uhr. Eigentlich kommt der Podcast in einer halben Stunde raus, Leute. Das wird heute nicht so sein. Irgendwie nachmittags, meinte Max, ne? Na, hoffentlich aber auch. Mein lieber Freund. Hallo. Hoffentlich auch. Ach so, war Ansgar und Randy mal wieder ein Podcast rausgekommen? Ja, hab ich doch gesagt. Da hab ich jetzt reingehört, noch nicht durchgehört. Die hatten jetzt einen, aber nach drei Wochen oder so jetzt. Kurz vor Weihnachten, äh, kurz vor Silvester haben sie ihn aufgenommen. Da war auch Ruhe. Winterpause, weißt du? Die ganzen Großen, die machen noch die Winterpause. Ja, die ganzen Großen machen Winterpause. Können wir uns nicht leisten. Nee. Weil wir so oder so kein Geld mit dem Podcast verdient, deswegen können wir uns das nicht leisten. Na, ist eine kleine Lüge. Stimmt, wir haben ja Werbung. Ich hab dir noch gar nicht erzählt. Wir haben ja Werbung und wir haben jetzt auch die erste Auszahlung bekommen. Und ich sag euch, Leute, ihr habt zwar immer noch Werbung, ne? Ich weiß nicht, ob die immer noch auf volle, nicht auf französisch ist. Ich weiß es nicht, kam kein Feedback mehr. Aber wir haben die erste Auszahlung jetzt bekommen, Hannes. Und tatsächlich, Leute, deckt das Serverkosten und Max. Das deckt die Serverkosten und Max jetzt. Und damit sag ich, ist okay, ne? Ich sag mal, wenn wir da trotzdem eine Partnerschaft irgendwann mal bekommen und dann diese Werbung wegfallen lassen und einen festen Partner haben, würde ich cooler finden an sich, so. Ja, würde ich auch cooler finden. Dann können wir auch die Werbung weglassen, die Fremde. Genau, dann lassen wir die andere, die Fremde, weg. Weil das einfach dann auch ein bisschen persönlicher ist, muss man sagen. Weil wir wissen ja nicht, was ihr für eine Werbung bekommt. Ob ihr jetzt holländische Mediamarkt-Werbung bekommt oder französische T-Online, T-Mobile-Werbung bekommt, wissen wir ja nicht, ne? Also das wäre schon ganz cool. Aber aktuell würde ich sagen, wir lassen das so laufen, weil das deckt jetzt die Kosten auf jeden Fall für den Podcast letztendlich. Schön, Janni. Ja, sag ich, ne? Hanni. Schön, Janni. Du hast die berühmten letzten Worte. Was macht eigentlich Sport bei dir? Na, ich war jetzt einmal am 27. oder was ich da erzählt hatte. Und habe jetzt die letzten Tage ganz schön mit meinen Ohren zu kämpfen. Also rein theoretisch würde ich morgen zum Arzt gehen. Aber dadurch, dass die Demo morgen ist, lasse ich nur ausfallen. Ich werde übermorgen zum Arzt gehen. Ich habe irgendwie mit dollen Ohrenschmerzen, in Kiefer zu kämpfen und Schwindel. Das muss auf jeden Fall abgeklärt werden, weißt du? Und deswegen will ich auch gerade nicht zum Sport. Ansonsten wäre ich schon wieder. Ich habe Bock. Nadine hat auch Bock. Die geht wieder richtig laufen und alles, ne? Ach, Hannes. Das wird warm bei draußen, nachdem wir minus 10 Grad hatten. Bei dir? Ja, ich bin vielleicht... Das ist zu viel zugemüllt. Ne, ich habe tatsächlich hier unten im Sportzimmer auch alles sauber gemacht. Und ich habe 31. war ich schon. Und ja, seitdem alle zwei Tage auf der Rolle. Gestern war ich anderthalb Stunden. Waren, glaube ich, 45 Kilometer oder so. Und heute sind zwei Stunden auf dem Plan. Doch, geht voran. Naja, wenn du irgendwie nicht nach Berlin kommst, weil die Züge nicht fahren und die Straßen voll sind, fährst du mit dem Fahrrad. Wie viele Kilometer sind das von dir bis nach Berlin? Über 200. Ich habe tatsächlich, witzigerweise, habe ich mir dran gedacht. Und dann habe ich gedacht, dann musst du ja... Also du überholst ja die ganze Zeit links bei den Traktoren, die dann stehen. Und dann habe ich gedacht, dann fährst du da vorbei. Und einer will nur ein bisschen ausstellen zum Vorbeigucken. Und macht so, kennst du das, dass das Vorderrad so ein bisschen einschlagen und so anrollt. Und dann denkst du so, und bam, du fährst dagegen und dann ist das schon passiert. Aber das Gute ist, er würde dich höchstwahrscheinlich kennen. Und helfen. Aber das weiß ich auch noch von damals 2019. Da gab es schon ein paar Unfälle. Das weiß ich nicht. Ja? Ja, ja, ja. Ein paar Unfälle gab es schon. Weil dieses ganze Stop und Go. Und dann bist du mit mal 50 gefahren. Dann standen wieder mit mal alle. Also da musste man schon die ganze Zeit sehr konzentriert fahren. Auf diese langen Strecke. Ja, geil. Ja, richtig geil. Und dann hast du ein paar 40 Läufer dazwischen gehabt. Ich habe auch nur 40 Läufer. Sei ruhig, Alter. Die alten 40 Läufer. Vor allem Jens tut sich das... Jens hat schon Lust mitzufahren. Der tut sich das mit einem 810er an mit Kuppel. Da hätte ich da nicht sofort drauf. Ich weiß, ich bin damals sogar noch mit unseren 826 gefahren. Da war der noch auf 65. Ui. Jo. Das ist flink. Und ich konnte die letzte Stunde alleine nach Hause fahren. Oh. War dat ein Genuss, Alter. 65 ist schon flink auf dem Träger. Das ist so. Das ist so. Ich habe jetzt auch meinen... Also ich warte ja noch auf den Traktor. Ich habe das eine Angebot gestern weitergegeben zum nächsten Angebot. Mal gucken, was da kommt. Er sagte, kriegen wir vielleicht auch was hin. Ich nenne dir hinterher den Hersteller. Muss man mal schauen. Wir müssen aufgehen, Leute. Ich muss den Hersteller rauskriegen. Ich habe gesagt, diesmal lasse ich mir von den örtlichen allen ein Angebot. Ich lasse mir Montag auch noch vom Dritten das Angebot geben. Morgen. Der wird nämlich auch die Landhändler stehen hinter den Landwirten. Wer das glaubt. Leute, ich wünsche euch maximale Erfolge. Ich hoffe, das kommt hier noch am 7.1. heute raus. Bleibt sauber. Bleibt sauber. Die nächsten Tage. Macht keine Dummheiten, Leute. Lasst die Politiker vom Fahrrad absteigen. Und riecht nicht am Sattelhaut rein, Leute. Bis dann.